Was müssen wir im Augenblick tun, um die Krise zu lösen? Oder irgendwie unter den Teppich zu kehren. Aber wir sollten umgekehrt diskutieren, nicht von dem Ausgang der Krise, sondern sagen, noch einmal, was für ein Europa wollen wir? So, und dann können wir gucken, wie wir von dem jetzigen Zustand dahin kommen. So, eine neue Folge. Junge Naiv, wir sind diesmal nicht in Berlin, wir sind nach Dresden gereist, weil ich einen neuen Gast bei mir habe. Magst du dir kurz vorstellen? Ja, ich heiße Georg Mehlbrat und bin im Augenblick Politiker in Rente, aber aktiv als Professor an der Universität tätig. Du warst mal Politiker? Ja, 20 Jahre lang meines Lebens. Was hast du gemacht? Ich war hier in Sachsen zunächst Finanzminister, knapp elf Jahre, und dann nochmal sechs Jahre Ministerpräsident und dann noch ein bisschen Abgeordneter. Also fast 19 Jahre war ich mehr oder minder hier in der Landespolitik in verschiedenen Positionen tätig. Wann war das? Ja, unmittelbar nach der Wende. Die Vierervereinigung war ja 3. Oktober 1990. Danach wurden die Landtage gewählt, die Regierung gebildet, war Mitglied der ersten Regierung und bin ausgeschieden aus dem Landtag im Herbst 2009. Also das war meine Periode hier in Sachsen als Politiker. Und bist du Ossi? Warst du in die CDU eingetreten damals 1990 und dann gleich gewählt worden? Oder wie war das? Nein, ich habe einen etwas anderen Lebenslauf. Ich stamm an sich von der Familie her aus Polen. Und dann durch den Krieg und die Vertreibung ist meine Familie mehr oder minder durch Zufall nach Westen gekommen. Aber ein Teil ist auch im Osten geblieben, sodass wir geteilt waren. Ich war auch deswegen ab und zu in der ehemaligen DDR, kannte das also. Jetzt kommt die Wiedervereinigung und in Sachsen wird Biedenkopf nominiert. Ich kannte ihn und suchte Leute, die er hier nicht so ohne weiteres finden könnte. Nämlich diejenigen, die sich im westlichen System auskannten. Und das waren insbesondere drei Bereiche Wirtschaft, Finanzen und Justiz. Ich war eben jemand, der sich mit Finanzen auskannte und deswegen habe ich das dann damals übernommen. Allerdings hatte ich mir vorgestellt, das machst du vielleicht zwei, drei Jahre, ist mal so ein Abenteuer. Und dann gehst du wieder zurück, entweder an die Universität oder machst irgendwas anders. Dass dann daraus eben eine Beschäftigung von 19 Jahren geworden ist, war fast 19 Jahre. Und dann noch meinen Lebensmittelpunkt hierhin verlagert hat. Und das war damals natürlich vorsehbar. Warum kanntest du dich mit Finanzen gut aus? Ja, ich habe das studiert. Ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt öffentliche Finanzen und Währung. Habe mich damit auch immer beschäftigt. Bin dann in Westdeutschland auch schon mal politisch tätig gewesen. Und zwar als jemand, der für Finanzen und Wirtschaft in der Stadt Münster zuständig war. Münster hatte ich studiert, war dann auch Professor geworden. Und da hatte ich mir gedacht, es ist sicherlich sinnvoll, so ähnlich wie für einen Architekten, dass man das, was man lehrt, auch mal praktisch gemacht hat. Von einem Architekten erwartet man ja auch, dass er nicht nur Architektur lernt, sondern mal ein Haus gebaut hat. Habe ich gesagt, das ist auch bei mir ganz richtig. Ich muss das mal richtig machen von unten. Und dann hat man auch ein gewisses Gefühl dafür, nicht nur wie es sein sollte, das macht man ja in der Wissenschaft, sondern wie es ist. Und wie man vielleicht von dem, wie es ist, zu dem sein sollte, kommt. Und das war sozusagen der Einstieg dann auch für die Tätigkeit in Sachsen. Es wurde ja jemand gesucht, der im Grunde von Null an anfing. Denn es hat ja den Freistaat Sachsen nicht mehr gegeben. Die Finanzen wurden nach sozialistischer Manier allein in Berlin gemacht. Ein richtiges Steuersystem, Finanzverwaltung in dem eigentlichen westlichen Sinne gab es nicht, weil der Staat ja Eigentümer aller Betriebe, mehr oder minder war, zumindest der absolut meisten. Und dann braucht er keine Steuern, sondern er bedient sich selber aus den Betrieben. Das heißt also, es war ja eine Systemveränderung. Und das war ein ganz interessanter Vorgang, wie man eben aus diesem kommunistischen System mit seinen Mechanismen in ein marktwirtschaftliches wieder zurückfindet. Das ist hier in Sachsen ganz gut gelungen und hat sicherlich auch mit dazu beigetragen, dass ich nicht nur theoretische, sondern auch praktische Kenntnisse hatte. Aber erzähl mal, du kamst dann quasi aus der Theorie als Professor. Hast du in Münster wahrscheinlich schon den ersten Mal festgestellt, wo die Unterschiede sind zwischen der Theorie und der Praxis und wahrscheinlich als Finanzminister noch mehr. Kannst du da mal so ein plastisches Beispiel geben, wo du sagst, eigentlich theoretisch wäre das ja logisch so gewesen, aber in der Praxis war das nicht möglich? Ja, sie haben es mit Menschen zu tun. Sie sind Chef einer großen Verwaltung. Und die müssen ja das, was man sich vorstellt, dann auch machen. Und das Erste ist, sie müssen begreifen, warum sie es machen. Das Zweite ist, sie müssen die richtigen Ziele finden. Ich will mal jetzt auch die Systemunterschiede mal deutlich machen. Bevor es die DDR gegeben hat, auch unmittelbar im Krieg, hat es natürlich noch ein voll ausgewildetes Steuersystem gegeben und der Staat finanzierte sich die Steuern. Dann kam die Verstaatlichung und dann brauchte der Staat im Grunde genommen keine Steuern mehr, denn er konnte sich direkt finanzieren. Es gab aber noch Steuern. Zum Beispiel gab es eine Grundsteuer auf privaten Wohnungsbesitz. Das diente aber mehr dazu, die privaten Wohnungsbesitzer, soweit sie Miethäuser hatten, dazu zu veranlassen, das dem Staat zu schenken, weil die Mieten und die Kosten und die Steuern nicht deckten. Es sollte sich nicht lohnen. Es sollte sich nicht lohnen. Es war kein Finanzierungsinstrument oder dass der Handwerker in der Spitze bis zu 99 Prozent Steuern zahlte, sollte ja nur dazu dienen, im Grunde genommen ihm klarzumachen, er sollte lieber in die Produktionsgenossenschaft des Handwerks gehen, dann zahlte er nämlich keine Steuern. Das heißt also, es waren nicht Elemente der Finanzierung, sondern es waren Elemente, um dieses Wirtschafts- und Staatssystem durchzusetzen. Und dann ist es natürlich schwierig, jetzt zu sagen, naja, darum kommt es uns jetzt nicht an, sondern wir müssen das Geld kassieren. Deswegen muss man also immer wissen, wozu dient eine gewisse Maßnahme, auch wenn sie, siehe DDR und die Bundesrepublik, denselben Ursprung hatte und auch noch genauso hieß. Aber sie hatten ganz andere Funktionen. Und das waren zum Beispiel Punkte, die damals von Interesse waren. Oder wie kann man überhaupt eine Steuerverwaltung als Massenbehörde wieder aufbauen? Und worauf kommt es an? Ich habe damals jemanden als Oberfinanzpräsidenten angeheuert, der war lange Zeit in der Türkei tätig. Warum? Die Immigranten hatten in den 30er Jahren das deutsche Steuersystem in die Türkei exportiert, sodass die Türken immer noch ein Steuersystem haben, was dem Deutschen ähnlich ist. Und deswegen hat es immer wieder, damals noch zur bundesrepublikanischen Zeit, Leute gegeben, die in die Türkei entsandt wurden. Um den Türken weiter bei der Steuerverwaltung zu helfen. Da habe ich gesagt, naja, wenn jemand also in der Lage ist, in einer wesentlich schwierigen Situation in der Türkei das Steuersystem aufzubauen, dann wird es ihm ja wohl auch möglich sein, jetzt in diesen halbrevolutionären Umbrüchen der 90er Jahre das hinzukriegen. Das ist gelungen. Das kommt also nicht darauf an, jetzt das Gesetz bis zum letzten Feinheit auszuführen, sondern zunächst einmal überhaupt die Sache in Gang zu kriegen. Und eine andere Geschichte, ich war so knapp drei Wochen im Amt, da kam der Bundesrechnungshof und wollte mich prüfen. Und da habe ich gesagt, das wäre völlig unsinnig, Sie würden Fehler über Fehler finden, das wäre ja völlig klar. Sie sollten lieber sich bei der Verwaltung beteiligen, also nicht kontrollieren, sondern mithelfen. Da können Sie ja ein Jahr später kommen und dann kontrollieren. Da haben Sie gesagt, Sie hätten jetzt also Kontrollaufgabe, ich kann Ihnen jetzt schon sagen, Sie können Prüfungsbericht schreiben, was Sie wollen. Ich werde alles zugeben und dann unterschreiben, ich würde es bei der nächsten Wiedervereinigung beachten. Das hat dann also zu einem gewissen Gelächter geführt, aber so war es. Es kommt eben darauf an, in solchen Situationen erstmal die Basics hinzukriegen, den Karren ins Laufen zu kriegen, Dinge möglichst schnell umzustrukturieren, auch den Mitarbeitern, aber auch in der Bevölkerung klarzumachen, was jetzt in Zukunft von Ihnen erwartet wird. Sie aber auch nicht überfordern, sondern einfach auch zu wissen, naja, es passiert in einer solchen Umbruchssituation auch vieles, was nicht richtig ist, was man vielleicht hätte auch anders machen können, aber anders geht es nicht. Man hätte ja nicht hingehen können, hätte gesagt, die alte DDR wird wegen Umbau für zwei Jahre geschlossen und dann wieder eröffnet. Das geht nicht. Also es ist so wie eine Straße, bauen unter Verkehr. Das ist auch nicht ganz so einfach, ist auch nicht ganz so billig. Mussten die Ostdeutschen auch lernen, wie man eine Steuererklärung macht? Gab es das früher sowas? An sich für den normalen Bürger nicht, denn es war im Wesentlichen durch die Lohnsteuer abgegolten. Das war ein relativ einfaches Steuersystem. Man zahlte 20 Prozent, Punkt, Ende Durchsage. Eine Flat Tax. Ja, also die Steuerrate war, es gab keine direkte Progression und es gab auch wenig abzusetzen, sodass also das Steuersystem für den einfachen Arbeitnehmer ganz, ganz einfach war. Das Steuersystem war ja auch nicht darauf ausgerichtet, wie das Steuersystem, was wir haben, aber das Westdeutsche, dass zum Beispiel über ein progressives Steuersystem Umverteilungseffekte entstehen. Kannst du kurz erklären, was das ist? Progressiv heißt also, das heißt, je mehr man hat, desto mehr muss man zahlen, aber man muss proportional mehr zahlen. Das heißt also, die Steuerlast, die relative Steuerlast steigt. Also, wenn ich zum Beispiel in der Spitze bin, zahle ich im Augenblick 45 Prozent auf den letzten Euro, den ich verdiene. Wenn ich unterhalb von 8.000 bin, zahle ich gar nichts. Und dann steigt das so langsam, bis man die 45 erreicht. Und das nennt man ein progressives System. Das heißt also, der Anteil, den man zahlt, wächst auch. Nicht nur absolut, sondern auch relativ. Und das macht man, um Umverteilung herzustellen, damit man den Reichen sozusagen mehr abnimmt, proportional mehr abnimmt, um es dann entweder direkt in Form von Transfers den Ärmeren zu geben oder damit auch Dienstleistungen zu finanzieren, die den Ärmeren zugutekommen. In einem sozialistischen System brauchen sie das ja nicht, weil sie ja die Einkommensverteilung im Wesentlichen dadurch hinkriegen, dass fast alle beim Staat beschäftigt sind und sie die Älter festlegen. Und es ja auch in großem Stil keine Gewinneinkommen gibt. So, da ist das einfach. Da können sich auch so ein Steuersystem, Leute, brauchen das überhaupt nicht mehr, können das ja alles über die Löhne festlegen, die Verteilung, die sie haben wollen. Das sind zum Beispiel solche Dinge, die erklären, warum unser Steuersystem so kompliziert ist. Je mehr Gerechtigkeit, desto komplizierter wird es. Aber warum jetzt in den letzten 20 Jahren, warum mussten zum Beispiel die Reichen nicht mehr zurückbezahlen? Warum, also das wurde ja jetzt immer... Die Steuersysteme sind gesenkt worden, ja. Es hat auch schon Zeiten gegeben, wo der höchste Steuersatz deutlich über 50 Prozent war. Es ist die Ungleichheit weniger geworden in den letzten 20 Jahren und deshalb müssten Sie weniger. Nein, es ist bei dem... Sie haben ja bei dem Steuersystem mehrere Dinge zu berücksichtigen. Das eine ist, sie wollen eine gewisse Form von Gerechtigkeit herstellen. Also, dass starke Schulter sollen mehr tragen als schwache Schulter. Und sie wollen die Ungleichheit, die durch das Marktsystem entsteht, insbesondere wenn es sich um Leute handelt, die am Arbeitsmarkt wenig oder keine Chancen haben, wollen sie in irgendeiner Form ausgleichen. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite will der Staat natürlich auch Geld haben. Und wir haben, auch das ist sehr ausgeprägt seit 1990 gekommen, ja auch eine Öffnung in der Welt. Die Grenzen spielen eine immer geringere Rolle. In Europa sind die Grenzen weitgehend weggefallen, im ökonomischen Sinne. Und in der Welt fallen sie auch mehr und mehr weg. Das heißt, ich kann mir das Land aussuchen, in dem ich arbeiten möchte. Und ich kann mir das Land aussuchen, in dem ich investieren möchte. Und die Länder untereinander stehen auch in Konkurrenz mit ihren Steuersystemen. Wenn sie also eine zu hohe Steuer zum Beispiel im Kapitalbereich machen, dann gehen die Leute weg. Und das ist einfach, heute ist das ein Mausklick. Und legen das Geld woanders an. Und dann sind sie der deutschen Steuer ganz oder teilweise entflohen. Und für Leute mit einer hohen Qualifikation gibt es auch mittlerweile nicht nur einen nationalen, sondern einen internationalen Arbeitsmarkt. Also für Banker ist es durchaus überlegenswert, ob ich in Frankfurt arbeite oder in London. Wenn ich aber in London also wesentlich weniger Steuern zahle, gibt es eine gewisse Präferenz, dann eben den Job in London und nicht in Frankfurt zu machen. Das sind solche Dinge, die es früher nicht gegeben hat. Und die es natürlich in der alten DDR überhaupt nicht geben konnte, weil da die Grenze zu war. Da hatte keiner die Möglichkeit, sich dem System zu entziehen. Aber je mehr Globalisierung wir haben, je mehr auch die Leute selber von ihrer Art, Sprachkenntnisse, von ihrer Mentalität auch bereit sind, ins Ausland zu gehen, desto mehr haben sie natürlich diese Probleme. Und es kann ja nicht sein, dass nur der dumme Rest daher bezahlt, der nicht die Möglichkeit oder die Fähigkeiten hat, ins Ausland zu gehen. Und da müssen sie dann eben irgendwie einen Kompromiss schließen. Und das setzt natürlich dann auch voraus, dass sie nicht all das, was sie unter Gerechtigkeitsvorstellung sich vorstellen, umsetzen können. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Möglichkeit, international bestimmte Standards zu setzen. Das ist aber außerordentlich schwierig, denn es machen nicht alle mit. Und insbesondere kleine Länder haben natürlich eine strategische Möglichkeit, die anderen auszubeuten, indem sie also besonders niedrigsteuern machen. So in Luxemburg und Malta. Ja, oder die Cayman Islands oder was auch immer. Als ich gehe kleiner, desto besser ist das. Die sagen, die kommen ja zu uns, sonst kämen die nie zu uns. So kriegen wir wenigstens ein bisschen Steuern. Und das ist immer noch eine ganze Menge bezogen auf, was wir sonst kriegten. Für große Länder ist das natürlich keine Alternative. Du hast gerade angesprochen, dass Staaten untereinander quasi mit ihren Steuersätzen in Wettbewerb stehen. Bedeutet das nicht aber gleichzeitig, ist das nicht so eine Spirale nach unten? Das heißt, die Unternehmen können sich ja an die Hände reiben und sagen, ich meine, der Preis wird ja immer nach unten gehen. Ja, ja, das nennt man Race to the Bottom, also dass das alles schlechter wird. Das kann so sein, das ist insbesondere, das hat man ja auch gesehen, bei Regulierungen der Fall. Im Bankenbereich hat das eine gewisse Rolle gespielt, dass man gesagt hat, bei uns sind die Kontrollen, Lascher kommt zu uns. Und da hat es eben einen solchen Effekt gegeben. In anderen Bereichen muss man natürlich sehen, dass die Unternehmen ja auch eine gewisse Infrastruktur erwarten. Und deswegen nicht nur niedrige Steuern haben wollen, sondern sie wollen von dem Staat ja auch etwas. Sie brauchen eine gewisse Rechtssicherheit. Sie brauchen eine vernünftige Infrastruktur, Energieversorgung. Sie wollen auch gut ausgebildete oder gut gebildete und dann auch von denen weitergebildete Mitarbeiter. Das können sie nicht überall. Das heißt also, da ist dieser Tendenz natürlich eine Grenze gesetzt. Aber es kommt immer darauf an, in einer solchen Wahlentscheidung für den Einzelnen bietet der Staat auch genug. Dann ist er auch in der Lage, höhere Steuern durchzusetzen. Oder gelingt das nicht? Dann gibt es natürlich die Fälle, wo der Einzelne überhaupt nicht Leistungen haben will, weil es im Rahmen nur Kapitalerträge sind. Da muss man dann versuchen, durch entsprechende steuerliche Absprachen mit anderen Ländern, Doppelbesteuerungsabkommen und so weiter, dieses zu vermeiden. Völlig vermeiden kann man es nicht, aber zumindest, dass man sich völlig ausbeutet, dass das nicht gemacht wird. Zum Beispiel wird hier eine Diskussion im Augenblick geführt bei den großen internationalen Gesellschaften, ob sie genügend Steuern in Deutschland bezahlen. Das sind amerikanische, wenn sie McDonalds haben oder Starbucks oder Amazon. Das hängt natürlich auch an unseren Steuergesetzen. Und da gibt es ja im Augenblick auch eine Überlegung in Europa, durch eine gewisse Harmonisierung und auch Mindestregelung dazu zu kommen, dass dann auch die Unternehmen, die in Deutschland aktiv tätig sind, auch in Deutschland Steuer zahlen. Und es kann ja nicht sein, dass wir auf Amazon, wenn ich das Buch kaufe, da kaum Steuern bleibt, aber der Buchhändler um die Ecke muss natürlich voll die deutsche Steuer bezahlen. Da muss man natürlich auch sehen, dass auch Wettbewerbsgerechtigkeit herrscht. Und da ist sicherlich auch das eine oder andere jetzt nachzubessern. Aber wie kann das sein, dass ich bei Amazon ein Buch bestelle und die aber die Einnahmen, also das, was ich denen gebe, quasi in Luxemburg besteuern müssen? Warum gilt nicht, wenn ich bei Amazon hier in Deutschland bestelle als Deutscher, dass die auch in Deutschland die Steuern bezahlen? Ja, weil sie nicht bei Amazon Deutschland bestellen, sondern bei Amazon Luxemburg. Und dann also zunächst einmal die Wertschöpfung in Luxemburg anfällt. Dann gibt es noch andere Konstruktionen. Ich kann Tochtergesellschaften bilden, Tochtergesellschaften meinetwegen in Steuerniedrigländern. Diese Gesellschaft gibt der deutschen Tochtergesellschaft nicht Eigenkapital, sondern gibt eben Fremdkapital zur Finanzierung der Aktivitäten. Das musste man ein bisschen einfacher erklären. Fremdkapital gibt nicht Geld so rein als Eigenkapital, sondern als Kredit. Und auf Kredit zahlt man Zinsen. Das heißt, für die deutschen Unternehmen sind das Kosten, reduzieren den Gewinn. Für das Unternehmen, das den Kredit gibt, sind das Einnahmen. Das heißt, auf diese Art und Weise kann ich... Obwohl es dasselbe Unternehmen ist. Ja, ich habe eben zwei verschiedene Unternehmen. Die Tochterunternehmen, die machen Verträge miteinander. Und zum Beispiel bei der Finanzierung machen sie es nicht so, wie ein Deutscher, der ein Unternehmen ist, der muss erstmal eigenes Geld reinbringen, nimmt dann auch zusätzlich Kredit auf. Die Zinsen, die er auf den Kredit der Bank zahlt, kann er natürlich absetzen. Aber das, was er auf sein eigenes Geld dann verdient, muss er natürlich auch versteuern. Wenn ich jetzt also diese Relation Fremdkapital-Eigenkapital verändere, das kann ich bei internationalen Gesellschaften machen, kann ich teilweise die Steuer woanders anfallen lassen, natürlich dann in Bereichen, wo es niedrig ist. Oder das andere ist, ich gebe Lizenzen. Also in einem Automobilunternehmen und in einem bestimmten Land wird ein Auto produziert. So, dann muss man ja da gewisse Patente für haben. So, und die gibt man dann. Das ist in dem Land, wo die Autos dann produziert sind, sind das kostenreduziert. Insoweit den Gewinn und die Steuer. Und dann muss ich eben die Lizenzeinnahmen dort anfallen lassen, wo die Steuern niedrig sind. Zum Beispiel in einem dieser exotischen Steuerparadiese. Das ist immer noch. Warum gibt es immer noch? Warum ist es in der EU möglich, dass so Malta, Luxemburg und die ganzen kleinen Länder das immer noch können? Ja, also in der EU versucht man ja durch Mindestbesteuerung das zu reduzieren. Und da ist ja auch, ja es ist auch einiges geschehen, aber es gibt immer noch bestimmte Konstruktionen, Länder, die auch erhebliche Steuerreduktionen für den Einzelnen hervorrufen können. Also zum Beispiel gibt es in England unterschiedliche Steuern in England selber. Nämlich im eigentlichen England und dann zum Beispiel auf den Kanalinseln. So, und die haben also ihr eigenen Steuerparadies in eigenen Lande. Das heißt, auch ein Engländer kann davon Gebrauch machen. Und so weit kann das ein Europäer. Ähnliche andere Arten von Konstruktionen, aber mit demselben Ergebnis gibt es zum Beispiel in Holland. Das ist immer die Versuchung der einzelnen Länder, auf Kosten der anderen sich besser zu stellen. Nur wenn das alle machen, stehen sie alle schlecht. Das ist so wie im Kino. Einer steht auf, um besser sehen zu können. Wenn sie alle aufstehen, ist der Effekt weg. Aber alle sitzen nicht mehr bequem, sondern stehen unbequem. Das ist das, was man im internationalen Bereich häufig hat. Und da muss man natürlich versuchen, dann Absprachen zu machen. Und dasselbe Problem haben natürlich nicht nur die Deutschen. Das haben alle Großeltern. Die Franzosen haben zum Teil auch die Amerikaner. Und wir versuchen jetzt, das ist aber schwierig, durch gewisse Absprachen zwischen den Ländern solche Dinge nicht mehr möglich zu machen. Oder zum Beispiel nicht mehr zu erlauben, dass in solchen Konstruktionen, die ich eben genannt habe, mit den Zinsen, einfach so, die Zinsen erkenne ich nicht als Betriebsausgabe an, sondern als Gewinn. Und ähnliche Möglichkeiten haben, wo ich akzeptiere nur einen Anteil von Krediten in Relation zum eigenen Geld, was ortsüblich ist. Aber nicht ein Unternehmen, was praktisch ein Euro Eigenkapital hat und alles auf, das ist natürlich extrem, gibt es nicht, aber nur als extremes Beispiel, ein Euro eigenes Geld hat und das Rest nur geliehen hat. Natürlich geliehen von einer anderen Tochtergesellschaft. Das ist offensichtlich unnatürlich. Das erkenne ich nicht an. Solche Möglichkeiten gibt es. Du hast das Race to the Bottom angesprochen. Wann ist denn das erreicht? Wann ist der Boden erreicht? Also wie lange kann das noch weitergehen? Ja, extrem natürlich, wenn Null erreicht ist. Aber wie gesagt, es gibt da Möglichkeiten, das zu vermeiden. Und wenn man jetzt eben eine globalisierte Welt hat mit diesen Möglichkeiten, die es auch früher gegeben hat, aber die bei weitem nicht so genutzt worden sind, weil es einfach schwieriger war, ins Ausland zu gehen. Die Grenze war wirklich eine Grenze vor 20, 30 Jahren oder vor 40 Jahren. Und allenfalls große internationale Unternehmen haben davon vielleicht Gebrauch gemacht, aber nicht in der Breite. Heute kann ja ein größerer Mittelständler schon solche Überlegungen anstellen und kriegt auch die entsprechende Berater von Anwälten und Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern. Deswegen muss es dann auch mehr internationale Kooperation sein. Wir wollen ja eben, dass die Grenze nicht wieder aufgemacht wird. Und wenn es dann eben dazu kommt, dass unterschiedliche Regelungen, das kann ja nicht nur im Steuerbereich, kann auch in anderen Bereichen sein, dazu führen, dass sie einseitig ausgenutzt werden, dann liegt es an den Staaten durch entsprechende Absprachen untereinander, dem entgegenzuwirken. Genau wie wir ja auch die neuen Formen der Kriminalität, internationale Kriminalität, die es in dem Maße früher... Nehmen Sie ganz normale Kriminalität, Drogenkriminalität, Dinge, die es... Auch alles mögliche, ich sage nur Kriminalität, ist heute wesentlich grenzüberschreitender, weil die Möglichkeiten gegeben sind. Ja, dann erwartet man natürlich auch von der Polizei, von den Strafverfolgungsbehörden, dass sie sich entsprechend auch international aufstellen und entsprechend kooperieren. Nicht die Grenze wieder herzustellen, das wäre die andere Möglichkeit, das halte ich nicht für richtig, es wäre auch insgesamt für uns also überhaupt nicht erstrebenswert, sondern eben die Globalisierung durch eine entsprechende Absprache im staatlichen Bereich zu kompensieren. Und sodass wir beides haben. Wir haben nach vorhandenlichen Gesetze, die auch durchgesetzt werden, und auf der anderen Seite haben wir eben eine offene Welt, in der wir auch reisen können, in der wir auch uns viel selbstverständlicher bewegen können, als das in meiner Generation, als ich meinetwegen 30 war, oder in der Generation meines Vaters, der das überhaupt nicht kannte, der Fall war. Ist der aktuelle Finanzminister, der Herr Schäuble, ist der denn auf der gleichen Höhe wie du und erkennt er die gleichen Probleme? Ja, natürlich. Also die Finanzminister braucht man nicht da bösgläubig zu machen. Die wissen das alle. Und auch der Erkenntnisgewinn hängt nicht oft von der Parteizugierigkeit ab. Es gibt ja in Deutschland, weil wir ein föderales Land sind, die Finanzministerkonferenz und der Finanzausschuss des Bundesrates, wo die Finanzminister der Länder zusammen auch mit den Kollegen aus dem Bund sind. Und da gibt es meistens weitgehende Einigkeit über das, was gemacht werden muss. Also man sträubt sich, man kennt die Probleme, man sträubt sich nicht dagegen, sie zu lösen. Es gibt manchmal unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten. Darüber kann man dann diskutieren. Aber dass es da ein Problem gibt, einer gewissen Harmonisierung im Steuerbereich, ist richtig. Auf der anderen Seite, finde ich, darf es aber noch nicht dazu kommen, dass überall dieselbe Steuer genommen wird. Ein gewisser Steuerwettbewerb, den halte ich durchaus für richtig. Zum Beispiel haben wir ja einen Steuerwettbewerb in Deutschland zwischen den Gemeinden. Die Gemeinden erheben ja Grund- und Gewerbesteuer und mit unterschiedlichen Steuersätzen. Das führt auch dazu, dass man sich nicht nur aufs Steuererhöhen verlegt als Finanzverantwortlicher in der Stadt, sondern auch mal guckt, dass man spart. Auch das ist notwendig. Und deswegen ein gewisser Wettbewerb ist gar nicht so schlecht. Er darf eben nicht dazu führen, dass er ruinös wird und dann alle Schaden nehmen. Deswegen ist es ganz wichtig, das vernünftig zu konstruieren. Dankeschön, das war Teil 1. So, es geht weiter mit Georg Milbran. Georg, ist es Georg? Ja, Georg. Jetzt bist du Ministerpräsident im Ruhestand. Was macht man nach der aktiven Zeit? Ich war ja vor der aktiven Zeit Hochschullehrer, Professor und ich bin wieder in den alten Beruf zurückgekehrt. Bin jetzt also Professor an der Technischen Universität in Dresden, nenne mich außerplanmäßiger Professor. Das heißt, außerplan, ich bin nicht im Stellenplan, mache das also umsonst, weil ich ja auch eine anständige Pension vom Staat schon erhalte. Und das mache ich ganz gerne. Das ist so jetzt mein Grundjob, den ich tue. Und darüber hinaus hat man ja jetzt auch Zeit, Dinge zu machen, zu denen man früher unter dem Druck eines so stressigen Amtes wie Ministerpräsident nicht gekommen ist. Also, ich bin jetzt viel im Ausland, beschäftige mich mit Problemen dort, habe auch hier Spezialthemen im deutschen Bereich. Zum Beispiel interessiert mich das, was uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten in Hinsicht auf die Demografie erwartet, was das zum Beispiel für Konsequenzen für das Gesundheitssystem hat, für das Krankenhaussystem. Und das sind Dinge, die ich früher auch irgendwie mitbekommen habe, aber wo ich gar nicht die Zeit hatte, mich intensiv drum zu kümmern. Hast du was mit deiner Partei zu tun? Nein, ich bin natürlich noch Mitglied der Partei und drücke ja natürlich auch nach wie vor bei Wahlen die Daumen. Aber ich bin nicht mehr aktiv tätig. Du wählst sie nicht mehr selbst. Ja, natürlich wähl ich sie auch, aber ich bin nicht mehr aktiv tätig. Das heißt, ich habe eine andere Position. Ich will es mal so formulieren. In der Politik ist man ja auch häufig gezwungen, Dinge zu machen, die man an sich nicht gerne machen muss. Aber aus Solidarität, ja sicher, aus Solidarität. Sie wollen ja auch die Unterstützung der anderen. Das heißt, sie machen Kompromisse. Und ich will es etwas übertriebenes formulieren. Ich brauche nicht mehr für andere Leute zu lügen. Soweit bin ich freier. Wann hast du denn mal gelogen? Zwischen Lügen und Lügen gibt es natürlich auch Unterschiede. Oder nicht die Wahrheit gesagt. Ja, oder man hat nicht die ganze Wahrheit gesagt. Oder man hat also bestimmte Sachen gar nicht gesagt. Wenn man bestimmte Sachen plant, dann geht man natürlich nicht sofort an die Öffentlichkeit und sagt, ich will das und das machen, weil man dann sofort die Gegenreaktion auslöst. Oder man sagt, also man denkt überhaupt nicht daran. Trotzdem denkt man natürlich daran, ich will mal ein Beispiel nennen, das ist auch relativ bekannt. Und wir haben nach der Wende den Flughafen in Leipzig ausgebaut. Zu DDR-Zeiten war es ein kleiner Flughafen südlich der Autobahn, der im Grunde genommen nur richtig lief, wenn Messe war, Leipziger Messe. Und wir haben dann gesagt, wir müssen einen großen Flughafen haben, auch hier für Sachsen, der auch international anbindungsfähig ist. Da braucht man natürlich Grundstücke. Und da haben wir natürlich immer gesagt, wir wollen den nicht erweitern, um in Ruhe die Planung durchzuführen und dann auch die Grundstücke zu kaufen. Beim Berliner Flughafen hat man das umgekehrt gemacht. Er hat erst geredet, da hat sich dann festgestellt, dass die Preise zu hoch waren. Da ist es zum Beispiel selbstverständlich und wird auch als moralisch gerechtfertigt angesehen, wenn ich da nicht sofort mit den ganzen Plänen rausrücke. Weil sie sofort Spekulationen haben und die wollen sie ja vermeiden. Ist das bei der Euro-Krise ähnlich, dass Schäuble und Merkel wissen, manche Dinge können sie nicht sagen? Früher, wenn Krieg war, konnten wir auch nicht mal sagen, was an der Front passiert ist und so weiter, weil das hat ja auch Auswirkungen gehabt teilweise. Und jetzt haben wir ja quasi den Wirtschaftskrieg. Ist das ähnlich, dass man nicht immer die Wasserstandsmeldung oder nicht immer die Wahrheit sagen kann, wie die Lage gerade ist? Ja, zwischen nicht die Wahrheit sagen und nicht alles sagen oder ist ja auch noch ein Unterschied, ob ich die Leute nun bewusst belüge oder einfach nicht sage. Aber es ist klar im Bereich von Währungen und der Spekulation, die dort stattfindet, dass jede Äußerung, die sie machen, Auswirkungen hat. Sofort auf den Märkten und darüber muss man sich im Klaren sein. Und wenn sie etwas grundsätzlich verändern wollen, zum Beispiel bei der Euro-Krise, dann weiß jeder, dass man so etwas im Wesentlichen nur machen kann übers Wochenende. Wenn die Börsen zu sind, wenn keiner die Möglichkeit hat zu reagieren. Und dann heißt es ja immer, da waren ja meistens die Kriegssitzungen, am Freitagabend fangen die an und die sind irgendwie an der Nacht von Sonntag auf Montag zu Ende, weil dann schon die Börsen in Tokio aufmachen. Also man hat immer nur ein ganz kleines Zeitfenster, um handeln zu können, weil das andere einfach viel zu teuer wird. Weil dann eben in Erwartung dessen, was jetzt geschieht, die Leute hier schon loslaufen. Aber warum richtet man sich da nach dem Markt? Ist das nicht schon so eine Art marktkonformes Denken, wenn man sagt, okay, wir dürfen jetzt bloß nicht unter der Woche handeln? Ja, nehmen wir mal an, das hat jetzt in der Euro-Krise dieses Problem keine Rolle gespielt, aber bei anderen Ländern spielt es heute auch eine Rolle. Eine Währung ist zu teuer geworden. Wie geht das? Wie kann eine Währung zu teuer sein? Ja, weil die Kosten zu hoch sind in dem Land, die Preise sind zu hoch und dieses Land kann nicht mehr exportieren und importiert zu viel. Dann versucht man, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine, was wir innerhalb der Eurozone jetzt machen, weil man nicht mehr auf- und abwerten kann. Wir versuchen also in Griechenland oder in Spanien das Land billiger zu machen, indem dort die Preise und die Löhne gesenkt werden, was natürlich auch erhebliche soziale und sonstige Auswirkungen hat. Diese Austeritätspolitik. Ja, Austeritätspolitik. Die Preise und Löhne sind zum Beispiel in der Vorkrisenzeit in Griechenland um 50 Prozent mehr gestiegen als in Deutschland. Dann ist man natürlich 50 Prozent teurer, ist man auf dem Markt. Man muss das also wieder rückgängig machen. Das ist schwierig. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man dreht die Uhr zurück. Das versuchen wir mit all den Schwierigkeiten. Das andere wäre eben gewesen, Griechenland tritt aus dem Euro aus und die Währung wird abgewertet. Was bedeutet, dass die Korrektur nicht im Inneren stattfindet, sondern an der Außengrenze. In demselben Augenblick, wo wir darüber diskutiert, fangen doch die ersten Leute schon an und kaufen und verkaufen diese Währung. Und machen also riesen Spekulationsgewinne. Dieser Oberspekulant Soros hat damals, glaube ich, um die Abwertung des englischen Fundes, Milliarden verdient. Indem er einfach darauf gesetzt hat, dass eine bestimmte Veränderung kommt und hat die vorweggenommen und hat dann eben vorher gekauft und nachher verkauft. Oder umgekehrt vorher verkauft und nachher gekauft und hat die Differenz, die dann eben durch Auf- und Abwertung zustande gekommen ist, in Form von Gewinn eingesackt. Kann man nicht sagen, hey, wir müssen diese Realitäten quasi akzeptieren, dass halt ein paar Menschen davon, also dass sie spekulieren und davon auch profitieren. Aber auf der anderen Seite machen wir es wenigstens transparent und offen und sagen, okay, hier sind die Probleme. Nee, also das, wenn Sie das so machen, wird das also für den Staat teuer, denn der Staat kann am schlechtesten reagieren oder am langsamsten reagieren. Das heißt, er wird ausgebeutet. Es gibt andere Möglichkeiten, Preise nicht mehr festzulegen. Einfach zu sagen, das machen wir über die Märkte. Das heißt, wir haben ein Währungssystem, was wir zum Beispiel außerhalb Europas haben, wo die Währungen täglich schwanken und wo man sich als Staat nicht groß einmischt. Dann trägt er, so wie an der Börse, dann trägt die Marktteilnehmer die Risiken. Es kann nach oben gehen, kann nach unten gehen, man kann Geld verlieren, kann Geld gewinnen. Wenn man aber hingeht und Preise festsetzt und die Preisfestsetzung dann ändert, ist das Spiel zu einseitig. Deswegen sollte man das dann nicht machen. Zurück zur Euro-Krise. Kannst du mal kurz erklären, warum es eigentlich diese Krise gibt? Warum ist das jetzt seit der letzten Europawahl, da brennt es ja. Griechenland damit hat angefangen. Wie konnte das alles dazu kommen? Vor dem Euro hat es zwischen den europäischen Währungen Wechselkursschwankungen gegeben. Zwischen D-Mark, Frank und Frankreich. Und insbesondere in den südeuropäischen Ländern hatte man, wir reden jetzt über die Zeit vor 1995, war man immer in der Problematik, dass dort die Löhne höher stiegen und schneller stiegen als in Deutschland. Sodass das Problem immer in diesen Ländern war, dass man eine Abwertung der Währung zulassen musste zur Korrektur dieser zu hohen Lohn- und Preissteigerungen. Und wenn man sich die Währungsentwicklung zwischen Deutschland, der deutschen Mark oder der italienischen Lire ansieht, dann sieht man, dass da also über die Jahrzehnte große Abweichungen stattfinden und deswegen auch große Abwertungen da waren. Das war auch mit England der Fall. Also als ich Schüler war und das erste Mal nach England fuhr, war das Pfund zwölf Mark wert. Ein Pfund zwölf Mark? Ein Pfund zwölf Mark, ja. Das ging nachher runter und ist heute irgendwo bei einem Euro ein bisschen, wenn man das noch in die alte Mark umrechnet, sind das zwei Euro ein bisschen. Also zwölf und zwei. Und England war nicht das Land, was am meisten abgewählt hat, wenn man dann meinetwegen die italienische Lire annimmt oder die griechische Drachma, da waren die Veränderungen noch größer. So, weil die immer abwerten mussten, konnten die sich an den Märkten nicht zu den niedrigen deutschen Zinsen verschulden, weil ein Investor, der jetzt ein griechisches Staatspapier kauft, der einkalkulieren muss und das in der Laufzeit dieses Papiers die Drachma weniger wert ist. Er musste also sozusagen die erwartete Entwertung auf den Zins aufschlagen. Kannst du ein Beispiel geben? Staatsanleihe, 100? Wir haben 100, ja. Also ich kaufe ein Papier, sagen wir mal 100 und kriege, heute nicht, aber damals hat man das gekriegt, so 4, 5 Euro, also 4, 5 Prozent. So, das war bezogen auf Deutschland der Zinssatz. So, jetzt bin ich in derselben Situation, habe also die Alternative in Griechenland auch griechische Drachme zu kaufen. Dann tausche ich jetzt D-Mark in Drachme um, kaufe dieses Papier und anschließend, wenn das zurückgezahlt wird, beziehungsweise für Zinsenkosten, muss ich die Drachme wieder in D-Mark umwechseln. Jetzt muss ein Investor, der jetzt aus der D-Mark-Zone kommt, natürlich kalkulieren, dass er nicht zum selben Kurs, zu dem er also die Drachme gekauft hat, sie wieder zurücktauschen kann, sondern dass in der Zwischenzeit ein Wertverlust stattfindet. Das heißt, angenommen, ich habe gekauft, da war eine Mark zehn Drachme und dann ist es nur neun oder acht? Ja, richtig, ich kriege immer weniger. Also, ich kriege für eine Mark zwölf und anschließend muss ich 15 Drachme aufwenden, um wieder eine Mark zurückzukriegen. So, das heißt, ich muss drei zusätzlich verdienen, drei Drachme zusätzlich verdienen. Und das macht man technisch so, indem man dieses Abwertungsrisiko draufschlägt auf die Zinsen. Das heißt, die Zinsen in Griechenland waren traditionell und in Italien traditionell immer höher. Die lagen, Deutschland sagen sie mal so vier, fünf, sechs Prozent, das war aber schon so fast die Spitze. Gut, es ist auch mal bis sieben, acht, neun hochgegangen, aber so in der Regel lagen sie um vier, fünf Prozent. In diesen Ländern lagen sie teilweise bei fünf, zwanzig Prozent. Wow. Ja, aus der Sicht eines Griechen war das ja auch wiederum so, naja, ein Teil der Rückzahlung läuft hier über Entwertung. So, so hat das System funktioniert. Jetzt kommt die Einführung des Euro und damit fällt das Währungsrisiko weg. Es gibt ja nur noch eine einheitliche Währung. Ganz kurz, wessen Idee war das, eine einheitliche Währung zu machen? Das war eine Idee, die im Rahmen der Europäischen Union schon immer drauf tauchte, um eine stärkere Integration der Wirtschaft innerhalb der Union zu bekommen. Man wollte das Wechselkursrisiko, was möglicherweise oder sicherlich auch richtigerweise den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigt hat. Wenn ich exportiere und ich weiß, wie der Kurs, meinetwegen in drei Monaten oder ich baue eine große Anlage, ich kriege mein Geld vielleicht in zwei Jahren, dann weiß ich ja nicht, zu welchem Kurs das umgewechselt wird. Das heißt, es gibt so eine Art Versicherung, aber das kostet dann alles. Das heißt, diese Transaktion ist teurer über die Grenze, als wenn ich die im Inland stattfinde, weil ich da einen Kunden habe, sind wir beide in derselben Währung. Das wollte man machen. Jetzt passiert das verfeucht, das Wechselkursrisiko geht weg und die Zinsen sinken in diesen Ländern. Und diese Länder, entweder die Länder selbst oder auch die Personen in den Ländern selbst, sagen, ist doch prima. Jetzt können wir endlich mal ordentlich Kredit aufnehmen. Weil der Zinssatz nicht mehr so ist. Weil der Zinssatz. Früher haben wir 15 Prozent, aber in Spanien habe ich 12 Prozent für eine Hypothek bezahlen müssen oder 13 Prozent. Und jetzt zahle ich nur noch die Hälfte oder vielleicht nur noch ein Drittel. Also kann ich mir ein Haus kaufen oder ein Haus bauen. So, und es ist ein Unterschied, ob ich das Geld, was ich jetzt durch die Zinsen aufnehme, was ich durch den Kredit aufnehme, dazu verwende, produktive Investitionen zu tätigen, die mir dann auch Einkommen geben, mit denen ich dann später auch den Kredit zurückzahlen kann. Oder wie ich schlicht verkonsumiere. Und viel ist eben in den Konsum geflossen oder in Fehlinvestitionen. Die Länder haben sich verschuldet und haben keine Erträge gehabt, um zurückzahlen zu können. Und sie haben nicht mehr die alte Möglichkeit gehabt, durch Abwertung sich das Problem zu lösen. So, sie haben das Instrument Abwertung notwendigerweise aufgegeben und sind natürlich jetzt in eine Situation der Überschuldung geraten. Entweder der Staat, das ist der Fall Griechenland, oder die Privaten über die Banken, das ist der Fall in Spanien. Ein Riesenbauboom oder in Irland ein Riesenbauboom. Die Regierung und die Aufsichtsbehörden haben nicht gegengehalten. Man hätte natürlich das auch durch entsprechende Regulierung, zum Beispiel Hypothekenkredite, hätte man beschränken müssen in Irland und Spanien. Das hat man nicht gemacht, weil es ja so schön brummt. Oder in Italien hätte man sagen können, wir können nicht so viele Staatsschulden aufgeben, die können wir ja nie zurückzahlen. Also müssen wir uns selber disziplinieren und jetzt aufhören mit der Verschuldung. Das hat man nicht gemacht und als dann die Finanzkrise aus Amerika rüberschwappte, haben die Investoren richtigerweise gesehen, also wir können nicht damit rechnen, dass alles Geld zurückkommt. Und jetzt fangen wieder Risikozuschläge an. Jetzt ist es nicht das Risiko wie früher, dass die Währung abgewertet wird. Jetzt ist es das Risiko, dass man pleite geht, dass die Bank nicht zurückzahlt. Die Bank pleite geht, was vorher niemand mit gerechnet hat oder dass ein Land pleite geht. Und schnell gehen wir die Zinsen auseinander. Diese Länder sind aber nicht in der Lage, sich darauf so kurzfristig einzulassen. Und wenn sie jetzt eben innerhalb des Euro bleiben wollen, das ist ja die politische Entscheidung, man hätte es auch anders entscheiden können, dann bedeutet das natürlich, ich muss versuchen, diese Preiskorrekturen, diese Preiserhöhungen, diese Inflationserhöhungen, wieder rückgängig zu machen. Das ist aber schwierig. Nach oben geht es immer schnell, das ist so wie so ein Sperrklinken-Effekt. In der einen Richtung kann man drehen, in der anderen Richtung geht es schlecht. Das ist das Problem. Es geht zwar schnell nach oben, aber sehr langsam ist die Anpassung nach unten. Und das dauert, die Rechnungen gehen ja hin auf 10, 15 Jahre. In Griechenland, der offizielle Ausbruch der Krise war 2010, im Grunde genommen war schon 2007, 2008 die Zahlen schlecht. Das hat man damals nicht wahrhaben wollen. Das heißt, man ist im sechsten, siebten Jahr der Krise. Und es ist nicht abzusehen, dass das jetzt in den nächsten drei, vier, fünf Jahren gelöst wird. Das heißt also, wir haben also sehr, sehr lange Anpassungsprozesse vor uns. Und wir müssen das dann auch politisch hinbekommen. Denn das bedeutet natürlich auch für die Einzelnen in diesen Ländern Herzen. Und es gibt auch ein soziales Problem, die Rettungen, die wir bisher durchgeführt haben, haben natürlich nicht nur die Länder gerettet, im Sinne, dass sie noch weiter Kredit kriegen. Sondern wir haben insbesondere die Investoren gerettet, die sonst ihr Geld verloren hätten. Das heißt, ein großer Teil des Geldes, was zum Beispiel nach Griechenland geflossen ist, ist anschließend für die Kapitalflucht genutzt worden. Das heißt also, die Reichen haben sich aus dem Schraube gemacht und von den Armen in diesen Ländern erwarten wir jetzt, dass sie durch Lohn- und Preiskürzungen die Zeche bezahlen sollen. Das wird nicht funktionieren. Warum müssen die, also wenn man investiert, dann geht man ja auch ein Risiko ein. Warum haben diese Investoren gar kein Risiko gehabt? Weil ich meine, ich muss immer damit rechnen, dass etwas nicht klappt. Ja, richtig. Warum wurde diese Logik ausgesetzt? Warum wurde gesagt... Ja, weil das bedeutet hätte, in dem Fall Griechenland, gab es bei diesen hohen griechischen Schulden, gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder geht Griechenland pleite, was nichts anderes heißt, dass die Gläubige ihr Geld nicht zurückkriegen. Das wäre ja ein... So würde der Markt doch funktionieren, oder? Ja, und da macht man, da nennt man auch Schuldenschnitt oder noch vornehmer Haircut, also Haarschnitt. Das ist so die Brutalität des Ausdruckswechsels manchmal. Das ist das Normale. Auch bei Privaten kann es ja passieren, dass irgendein Handwerker oder irgendein Hausbesitzer sich übernimmt und kann es nicht zurückzahlen. Dann geht der Pleite und das heißt, der Gläubiger, in diesem Fall war es die Bank, verliert ihr Geld. Punkt, Ende der Durchsage. Und dann geht es auf ein Neues. Hier wollte man das aber nicht im Europa zulassen, dass ein Land pleite geht. Ja, wenn man das nicht zulassen will, muss man diesem Land Geld geben. Ganz kurz, warum wollte man das nicht zulassen? Ja, weil man gesagt hat, das verstößt gegen europäische Solidarität. Wir können das... Meine persönliche Meinung ist, man hätte das durchaus zulassen können. Das wäre für die Bevölkerung der weniger schwere Weg gewesen, als den wir jetzt gegangen sind. Ich hatte vor einer Woche Christian Lindner und er meinte so, auch mit den Rettungspaketen, da meinte er, was wäre die Alternative gewesen? Dann hätten wir sie bankrott gehen sollen, weil er meinte, das wäre noch viel schlimmer gewesen für die. Du meinst, nee? Nö, also es gibt einen Fall, den man als Gegenbeispiel nehmen kann. Es ist ja auch in dieser Wirtschaftskrise in große Schwierigkeiten gekommen, Island. Island hat einen großen Teil der Schulden nicht zurückgezahlt, ist also pleite gegangen, wenn man so will, mit den Banken. Aber die waren ja nicht mehr Euro. Ja, das ist ja gar nicht mehr Fall. So, haben abgewertet. Dann war in Island 18 Monate Heulen und Zähne klappern. Mittlerweile ist aber wieder Wachstum da. Das heißt also, dieser Prozess hat nicht, wie in Griechenland jetzt fünf Jahre gedauert, Ende offen, sondern harter Schnitt, natürlich auch mit großen Schwierigkeiten für die Bevölkerung, das soll man nicht verkennen, aber mit einer Chance, es wieder hochzukriegen. Also, wie so eine V. Schnell runter und dann wieder rauf. So, stattdessen machen wir langsam runter. Bei Griechenland? Ja, und jetzt psychologisch ist es natürlich etwas anders. Wenn es schnell runter geht und ich dann, wenn auch von niedrigem Niveau die Aussicht habe, es geht wieder hoch, bin ich viel eher bereit, das mitzumachen, als wenn es ein schleichender Prozess nach unten ist. Ohne irgendwie zu sehen, dass es in absehbarer Zeit wieder hochkommt. Und das sind eben die Abwägungen, die man gemacht hat. Und man hat sich jetzt von der politischen Seite, natürlich muss man sagen, auch die griechische Regierung wollte das. Er wollte diesen Weg gehen, also im Euro bleiben, was dazu konsequent hat, um eben weiter auch billig sich zu finanzieren, weil Abwertung bedeutet hätte, wieder die alten Zinsdifferenzen wären da gewesen. Mit dem Ergebnis aber, dass die Leute, die jetzt privat Griechenland Geld gegeben haben, gesagt haben, wir warten doch nicht so lange, bis die trotzdem mal pleite geht, sondern schnell raus, raus, raus. Und dann hat man also die Papiere, also die griechischen Staatspapiere verkauft, damit die Zinsen nicht allzu so in die Höhe gegangen sind, hat sie die Europäische Zentralbank, das heißt also der gesamteuropäische Steuerzahler mit Deckung gekauft. Und man hat sie insoweit rausgelassen, das heißt also nur ein kleiner Teil, nämlich diejenigen, die bis ganz zum Schluss an die Politik geglaubt haben, die gesagt haben, Griechenland geht nicht pleite, sind dann also heil rausgekommen. Und diejenigen, die es also zu euch getrieben haben, die dann trotzdem haben, einen Verlust hinnehmen müssen von, weiß ich nicht, 60, 70 Prozent, gut. Dann kann man sagen, sie haben auch über die ganzen Jahre ordentlich verdient, das ist so das Geschäft. Im Falle Griechenland hat man gesagt, also es geht nicht anders, wir müssen die Pleite gehen lassen. Also es hat er dann gesagt, nur Teilpleite, aber faktisch ist Griechenland pleite gegangen im Sommer 2012. Wenn man das im Sommer 2010 gemacht hätte, wäre es viel billiger geworden. Da hat die Politik zwei Jahre zu lange gewartet, hat die Hoffnung gehabt, dass es vielleicht auch noch geht, anstatt sofort einen klaren Schnitt zu machen, der zwar unpopulär war, der aber für alle besser gewesen wäre. Und das Zweite ist, Griechenland muss ja nicht nur seine Schulden zurückzahlen, im Wesentlichen hat sich ja der Schuldenschnitt nicht bewirkt, dann sind sie jetzt wieder bei 170 Prozent. Also sozusagen das Jahreseinkommen in Form von Schulden lässt sich überhaupt nicht zurückzahlen. Das heißt also, es muss der nächste Schuldenschnitt kommen. Nur jetzt gibt es keine privaten Gläubier mehr, jetzt gibt es nur noch die öffentlichen Gläubier. So, das heißt, beim nächsten Mal sind die Staaten, die Griechenland geholfen sind, dran. Das wird im Augenblick ein bisschen verschweiert, indem man sagt, naja, müssen wir die Schulden etwas länger laufen lassen und die Zinsen etwas senken. Ich glaube, ich würde sagen, statt die Schulden zu erlassen, kann man auch sagen, die Schulden müssen erst in 200 Jahren zurückgezahlt werden, Zins 0 Prozent. Das ist praktisch dann auch. Das ist auch Erlass, da heißt es nur nicht Erlass, dann ist es eben sozusagen über die Zeit. So etwas wird man im Falle Griechenland machen müssen und es wird ja auch schon offen darüber diskutiert. Der Internationale Währungsfonds verlangt das ja auch. Es muss der nächsten Schuldenschnitt, also der Verzicht von Gläubiern auf Geld kommen. Nur eben, jetzt sind die Privaten nicht mehr dran, jetzt ist es der Staat, die staatlichen Institutionen, also diese Luxemburger Fonds und die Europäische Zentralbank, die dann zur Kasse gebeten werden. Warum will deine Partei, warum will Merkel und Schäuble davon nichts sagen? Ja, vor den Europawahlen möchte man das natürlich nicht und die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe ja auch nichts dagegen, wenn man hofft, dass es besser ist. Ich bin nur Ökonom und kann Zahlen lesen und ich glaube, dass die überwiegende Mehrzahl der Ökonomen sagt, im Falle Griechenland mit diesen Perspektiven und mit diesen also auch schlechten Zahlen ist es ohne einen Schuldenschnitt nicht zu machen. In anderen Ländern mag es funktionieren. Wo es bisher halbwegs funktioniert hat, ist ja Irland. Oder es hat zwei Länder gegeben, wo es auch funktioniert hat, die sich relativ schnell angepasst haben, die zwar nicht im Euro damals waren, sie aber wieder Euro verhalten haben, als ob sie im Euro gewesen sind, nämlich die baltischen Länder Estland und Lettland. Die haben auch, die haben jetzt zwar nicht abgewirkt, die haben innerhalb von 18 Monaten, sind da die Preise und Löhne um bis zu 20 Prozent gesunken. Haben sie auch Austerität gemacht. Aber harte Austerität, aber ich sage mal richtig runter, die haben wieder Wachstum. Und jetzt kommt man eben zu dem Ergebnis, was auch schon in der Theorie bekannt war, für Länder, die flexibel sind, das sind oft kleinere Länder, die also mit ihren Preisen und Löhnen sich schnell anpassen, ist es kein so großes Problem, auch in einer Währungsunion das Problem zu lösen. Die Schwierigkeit ist dann, wenn aufgrund von politischen oder ökonomischen oder sonstigen strukturellen Bedingungen die Flexibilität nicht da ist. Wenn es eben zum Beispiel nicht gelingt, die Löhne zu senken, wenn es nicht gelingt, die Preise zu senken, weil die alle festhalten, dann, wenn die Löhne und die Preise sich nicht verändern, dann verändern sich die Mengen und das heißt Arbeitslosigkeit. Das ist immer die Alternative. Will ich das über Preissenkungen machen oder will ich das über Arbeitslosigkeit machen? Und eben in diesen Ländern mit sehr geringer Flexibilität ist oft eben die einzige Alternative eben eine hohe Arbeitslosigkeit. Und meine jetzt politische Werte, aber das mögen andere anders sehen, ist, dass ich die Arbeitslosigkeit als die schlechtere Methode ansehe und vor allen Dingen Jugendarbeitslosigkeit dazu führen wird, dass wir in Griechenland und in Spanien eine ganze verlorene Generation haben. Da sind 50, 60 Prozent der Jugendlichen arbeitslos und ich habe gelernt, in Griechenland in den letzten fünf Jahren Arbeitslosenquote von 10 und 12 Prozent jetzt auf 27. Also da hat man sich für die Arbeitslosigkeit entschieden. Ja, das nicht entschieden, man hat die hingenommen. Man hat natürlich immer gehofft, dass sie nicht kommen würde, aber nehmen wir die Jugendarbeitslosigkeit, wenn sie eben 60 Prozent Jugendarbeitslosigkeit haben, dann ist das einfach zu viel. Warum habe ich 60 Prozent Jugendarbeitslosigkeit, aber nur allgemeine Arbeitslosigkeit bei 26, 27 Prozent? Beide Zahlen in Spanien, Griechenland sind ungefähr vergleichbar. Ja, weil sie dort Arbeitsmärkte haben, in denen die, die Arbeit haben, begünstigt werden durch Gründigungsschutzmaßnahmen, sodass die Anpassung überproportional der Jugend trifft. Nicht, wir haben die Have's und die Have-Nots. Und wenn dann noch hinzukommt, dass die berufliche Bildung eben in diesen Ländern nicht so ausgeprägt ist wie in Deutschland, die haben nur ein reines schulisches System, Lehre und das gibt es so nicht, ist es natürlich schwierig für junge Leute, bei einer Wirtschaftskrise überhaupt einen Job zu finden. Und da finde ich, dass wenn man eben diese notwendige Flexibilität, sag ich mal, wie bei den baltischen Ländern, bei Irland, die einen Teil des Problems haben lösen können, nicht hat, ja, soll man dann eben Euro um das Euro willen einfach sagen, dann muss da eben ihr arbeitslos werden und wir werden euch dann, ich sag mal, so ähnlich wie karitativ oder sozial irgendwie unterstützen. Oder will ich ihnen eine Chance geben, mit ihrer eigenen Arbeit ihr Geld zu verdienen. Und Auswanderung ist nur teilweise ein Problem. Ich meine, das wird ja jetzt auch propagiert, ist in Teilen sicherlich auch eine gewisse Lindung des Problems, aber die notwendigen Auswanderzahlen, die sein müssten, um diese Jugendarbeitslosigkeit drastisch zu senken, sind so groß, dass sie unrealistisch sind. Vor allen Dingen, weil ja auch ein Teil von jungen Leuten die Qualifikation hat, in Deutschland zu arbeiten. Dazu gehören in Deutschland Sprachkenntnisse im Gegensatz zu der Immigration vor 50 Jahren, wo man Leute aus Südeuropa geholt hat, ohne Sprachkenntnisse hat er in 14 Tagen Crashkurs an der Maschine gegeben, auf welchen Kopf sie drücken mussten und dann ging es. So funktionieren es mal. Ja, diese Art von Arbeitsplätzen gibt es aber nicht mehr in Deutschland für unqualifizierte Arbeit, sondern wir haben eben ein hochtechnisiertes Land und das bedeutet, dass ich eben erhebliche berufliche Kenntnisse haben muss und da ja zumindest im Mittelstand auch immer etwas mit dem Kunden zu tun hat, ich brauche auch Sprachkenntnisse. Und das ist also außerordentlich schwierig dort, die entsprechenden Wanderungsbewegungen hinzubekommen. Insoweit ist Deutschland, oder Europa, Entschuldigung, nicht Deutschland, nicht Amerika. Wenn in Amerika zum Beispiel in Detroit in der Automobilindustrie schlecht läuft, dann ist es relativ einfach in Amerika, vor allen Dingen, weil die Amerikaner auch mobil sind, aber weil sie auch dieselbe Sprachkultur haben, zu sagen, ich breche hier meine Zelt in Detroit ab, wandere aus nach Kalifornien, erstens ist das Wetter schöner und zwar ins Bumster. Solche Veränderungen, solche Änderungen, Wanderungsbewegungen gibt es in Europa nicht, weil eben Europa durch Sprach und Kultur auch unterschiedliche Gesetze, unterschiedliche Voraussetzungen sehr viel stärker differenziert ist als das wesentlich größere Amerika, wo es ja auch 50 Staaten gibt, aber eben eine gemeinsame Sprache und Kultur. Und das sind eben die Probleme, die wir in Europa zu lösen haben. Wir tun immer so, als ob wir Amerika sind. Wir wollen auch die Vereinigten Staaten von Amerika mal bilden, also ab Klatsch, also die Vereinigten Staaten von Europa. Aber das ist nicht ganz so einfach, weil die Voraussetzungen eben bei uns in Europa anders sind. Und meine Schlussfolgerung daraus ist, einfach eine einfache Kopie, wie viele sich das vorstellen der USA. Das ist nicht möglich. Die ist auch nicht perfekt. Ja, natürlich, das weiß ich auch, aber jetzt sind wir im ökonomischen Bereich. Wir haben immer gesagt, die Europäische Union, das sind 500 Millionen Konsumenten, jetzt ein bisschen mehr, ja, aber ich sehe es ja immer, Konsumenten, Kaufkraft und was da ist. Wir sind der größte Wirtschaftsblock der Erde oder einer der größten Wirtschaftsblöcke der Erde und vergleichen das dann mit Amerika. Die haben wahrscheinlich nur 330 oder 350 Millionen Einwohner, aber sehr viel intern, sehr viel homogener. Und das sind eben Probleme, die jetzt in der Politik gelöst werden müssen. Hoffentlich, wenn wir hinter die Krise kommen, wie können wir ein gemeinsames Europa aufbauen, was eben nicht nach dem System Amerika läuft, Melting Pot, also es ist ein neues amerikanisches Volk, aus vielen Einzelnationen entstanden. Zusammen geschweift. Ja, also der Motto der USA heißt ja E pluribus unum, aus vielen Eins. Aber ich glaube, wir werden nicht eine gemeinsame europäische Sprache, eine gemeinsame europäische Kultur zumindest in den nächsten Generationen nicht haben. Ob das vielleicht in 100 Jahren so sein wird, weiß ich nicht. Aber deswegen muss man diese Unterschiede beobachten. Und der Spruch, den die Europäische Union hat, auch wieder in Lateinisch, heißt in Varietate, in Diversitate Concordia, in der Unterschiedlichkeit die Einheit oder die Eintracht. Das ist was anderes. Das heißt, Europa ist dadurch ausgezeichnet. Und das finden wir ja auch alle schön, dass es eben unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliches Essen, unterschiedliche Gewohnheiten gibt. Und das macht ja eben Europa so interessant, dass wenn man jetzt ein paar Kilometer weiterfährt, schon in einem anderen Land mit einer ganz anderen Umgebung ist. Aber das setzt natürlich voraus, dass wir einfach nicht Amerika kopieren können, sondern andere Formen des Zusammenlebens entwickeln müssen. Und da müssen sich einige noch mit ihren Köpfen sehr anstrengen, um das herauszukriegen. Denn im Augenblick haben wir das Problem noch nicht gelöst. Ganz kurz mal zur Jugendarbeitslosigkeit. Da fällt mir ein, erinnere ich mich noch, Frau von der Leyen hat, da war so eine Arbeitsministerin in der letzten, da hat sich irgendwie 2012, 2013 irgendwie so ein Programm gestartet für die spanischen und griechischen Jugendlichen. Jetzt habe ich diese Woche gelesen, das muss eingestellt werden, und zwar nicht, weil es nicht funktioniert hat, sondern weil es zu erfolgreich war. Wie kann das sein, dass ein Programm, was funktioniert, auf einmal eingedampft wird? Warum sagt man nicht, ey, es funktioniert geil, wir machen das noch mehr? Ja, normalerweise bei staatlichen Programmen gibt es einen gewissen Fonds, der zur Verfügung steht. Einen Geldtopf. Einen Geldtopf. Und dann steht meistens, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und wenn der Fonds leer ist, ist das Programm zu Ende. Dann sagt man im nächsten Jahr wieder, das ist das Normale. Also, wenn Sie hier meinetwegen irgendeinen Fonds hier zur Modernisierung des Hauses sagen, dann muss man sich bewerben, und dann geht es meistens eben um Windhundverfahren. Ob man das hätte da anders machen können, ob man von Anfang an den Topf hätte größer machen müssen, oder was man normalerweise nicht macht, weil man ja sonst ein Budgetproblem kriegt, Ende offen, das macht man normalerweise nicht. Aber es bestünde ja die Möglichkeit, wenn das so erfolgreich ist, und wenn man das auch weitermachen will, zu sagen, wir stocken den Topf auf. Das Problem ist, soweit ich das der Zeitung entnommen habe, wohl so gewesen, dass die Bildungsträger, die natürlich auch ein Interesse daran hatten, die Leute gelockt haben, ohne ihnen zu sagen, dass sie noch keine definitiven Zusagen haben, was aus der Sicht der Bildungsträger aber verständlich war, weil in der Vergangenheit diese Programme nie überzeichnet waren. Also hat jeder gehofft. Es wird so sein wie früher. Es wird so sein wie früher. Das Geld ist nur eine Frage der Zeit. Also auch wenn wir noch keine Bewilligung haben, das reichen wir nach. In vier Wochen haben wir das. Wird schon so. Und jeder hat dann als Prinzip Hoffnung gemacht und keiner hat gesehen und auf die Zahlen geachtet. Das ist natürlich politisch saudum gelaufen. Sowohl für die Betroffenen, ich meine, man hat Hoffnung geweckt, die man nicht erfüllt, als auch für die Politik. Da kann man sich sowas nur blamieren. Also hat die Ursula kein gutes Gesetz oder kein gutes Ding da aufgesetzt? Nein, das will ich nicht. Die Idee war gut, aber da muss immer jemand das auch kontrollieren. Es sind doch Leute, die also ständig jetzt diese Programme bewilligen und die müssen dann eben sagen, hör mal zu, an der Minister oder die Ministerin, das läuft also viel besser oder viel schneller ab, als wir das erwartet haben. Wir müssen jetzt entweder sagen, Förderstopp. Also jetzt ist bald Schluss, so ähnlich wie das ja mit diesen Abwrackautos war. Wurde ja angekündigt, Schluss jetzt. Das kann sich jeder darauf einstellen oder wir müssen nachlegen. Aber einfach zu sagen, lass was mal laufen und dann kriegen die eben einen Ablehnungsbescheid, ist nicht die beste Methode. Das kann man im Inland machen, da ist das auch durchaus üblich. Aber in diesem heiklen Feld der Jugendarbeitslosigkeit, vor allem, wo man sich politisch so aus dem Fenster gehängt hat, hätte ich erwartet, dass die Bürokratie, die Förderbürokratie, die das also verwalten, viel eher laut gegeben hätte und Korrekturen angemahnt hätte und nicht so lange gewartet hätte, bis das also dann in der Presse diskutiert wird. Das ist ja peinlich. Wenn man irgendwie das Geld, ich habe jetzt gelernt, wenn wir Griechenland und den Spaniern irgendwie Kredite geben, dann wir nehmen ja auch Geld ein. Also ich habe irgendwie von Per Strasbourg gelernt, wir verdienen ja aktuell immer noch Geld mit diesen Hilfen. Ja, das ist heute nicht mehr. Also wenn wir sehen, Griechenland hat ja einen Teil seiner offiziellen Kredite gar nicht mehr zurückgezahlt. Also das Geld da war schon verloren. Jetzt hat man bei den staatlichen Papieren Vorhörnungs gemacht. Man hat gesagt, wir wandeln die um, die privaten Papiere in staatlich und die unterliegen nicht diesem Schuldenschnitt. Aber in den Abwicklungsbanken, die also Deutschland hat machen müssen, zum Beispiel bei der West-LB oder bei der Hypo-Real Estate, hat man ja die sogenannten toxischen oder die Giftspapiere hat man ja rausgenommen. Und das waren genau diese Papiere. Und die hat man natürlich das Geld nicht zurückbekommen. Und wenn ich das reinrechne und wenn ich die Abschreibungen, die auf den Papieren bei den Privaten vorgenommen worden sind, die ja auch durch Steuermehneinnahmen sind, da ist natürlich die Rechnung, wir hätten da doch Geld dran verdient, eine Milchmädchenrechnung, wir haben auch nicht verloren und wir werden noch mehr verlieren. Denn, wie ich gesagt habe, in Griechenland wird in den nächsten Jahren eine Rückzahlung nicht möglich sein. Und je eher man das sieht, umso besser ist es. Es macht doch keinen Sinn, sich Illusionen zu machen. Einen gegenüber dem Land, das muss auch eine faire Chance haben, irgendwann mal auf eigenen Beinen zu stehen. Und das ist ohne einen Schuldenschnitt nicht machbar. Aber auch gegenüber der eigenen Bevölkerung zu sagen, wie ein guter Kaufmann, der sagt, ich habe ein schlechtes Geschäft gemacht, da muss ich auch Abschreibungen machen, aber nicht die Hoffnung haben, irgendwie käme das Geld so wie wir rein, dann sauberer Schnitt und auf ein neues. Das erwarte ich auch in der Politik, dass man das zumindest nach dieser Zeit endlich auch mal ins Auge fasst. Und wie gesagt, im Falle von Griechenland ist es offensichtlich, bei den anderen kann man unterschiedlicher Meinung sein. Bei den Spaniern hängt es sehr stark davon ab, was sich da noch an Schrott in den Bankbilanzen verbirgt. Dahinter verbirgt sich natürlich der Immobilienboom. Die Preise in diesen Ländern sind innerhalb von 15 Jahren teilweise um das Vierfache gestiegen. In Deutschland praktisch null. In dieser Zeit, jetzt ein bisschen, 10, 20 Prozent steigen die Preise. In Irland genauso. Wenn die Preise gestiegen sind, müssen sie auch wieder runtergehen. Ja, wenn sie als Kredit gekriegt hat zu den hohen Preisen, jetzt geht es runter. Er kann sie nicht mehr bezahlen. Wenn die Bank jetzt Zwangsvorstreckungen macht, kriegt sie das Geld auch nicht mehr zurück. Da sind also Verluste zu realisieren und diese Verluste muss irgendjemand tragen. Und wer ist die Bank? Sind die Aktionäre? Das ist meistens wenig. Dann sind es die Großgläubier. Die will man aber meistens nicht zur Kasse bitten. Obwohl die das meiste Geld haben? Ja, sicher. Aber dahinter verbirgen sich dann wieder andere Banken, meistens. Oder es ist der Steuerzahler. Und wir haben bisher immer den Steuerzahler genommen. Das erste Mal, wo wir eine Ausnahme gemacht haben, ist Zypern gewesen. Hat man aber auch lange gewartet. Und jetzt erzählt man schon wieder, im Falle Griechenland, das wird niemand noch mal kommen, denn sonst könnte ja Griechenland keine neuen Papiere verkaufen. Das heißt, wir machen wieder denselben Fehler. Wir garantieren und sagen also, liebe Banken, liebe Investoren, ihr könnt wieder kaufen, wir garantieren euch, dass das Geld zurückbekommt. Ja, dann kann man nicht gleichzeitig erzählen, wir wollen aber den Steuerzahler schützen. Letzte Woche ist Griechenland auch an den sogenannten Kapitalmarkt zurückgekehrt. Das heißt, es werden griechische Staatsleihen wieder ausgegeben. Die Banken kaufen das. Und ich habe gelernt, die müssen doch nicht mal irgendein Euro hinterlegen, sondern können einfach quasi 100 Euro Staatsanleihen kaufen. Sie holen sich das Geld von der EZB praktisch für zu 0% Zinsen. Investieren in Griechenland 5%. Kassieren die 5%. Und wissen, dass es die auch zurückgebt, weil die ja quasi garantiert sind. Ja. Nicht formell, aber faktisch. Auf der anderen Seite verlangt Griechenland aber von den öffentlichen Gläubiern, dass sie auf ihre Papiere verzichten. Das heißt also, indirekt bezahlt der Steuerzahler diese hohen Zinsen von 5%. An diese Investoren. An die Investoren. Dann wäre es doch besser gewesen, Griechenland hätte sich weiter Geld über diese Luxemburg- und sonstigen Fonds geholt, wären die Zinsen wesentlich niedriger gewesen. Und so, um also diese Illusion zu erzeugen, Griechenland sei über den Berg hinaus, ist man bereit, riesige Beträge, wenn die, das sind glaube ich 5 Milliarden, so 5% kann man ja ausrechnen, über 5 Jahre. Da reden wir also über höhere Millionenbeträge. Die sind einfach jetzt just for fun ausgegeben worden. Es wird jetzt gerade just for fun mit irgendwas gemacht. Ja, also wenn mir jemand sagt, kauf das und das Papier, ich als Staat garantiere, und du kriegst noch 5%, wenn du normalerweise auf dem Sparbuch 0,4% so wie du kriegst, ja, ist jeder blöd, wenn er es nicht tut. Aber du sagst, das ist ja eine Illusion. Ja, weil Griechenland es letztlich nicht bezahlen kann. Wir haben doch gerade gesagt, Griechenland braucht einen neuen Schuldenschnitt. Und Griechenland drängt ja auch darauf, dass die öffentlichen Gläubier ihr Geld verzichten. Ja, da könnte man natürlich sagen, wenn ein neuer Schuldenschnitt, dann die Privaten mit. Ja, wenn aber erklärt wird, die Privaten sind mit, würde natürlich Griechenland als Privater keiner Geld geben. Warum macht man das denn? Ja, das ist, um die Illusion zu erzeugen. Warum? Tja, es kommt nicht immer darauf an, was ist, sondern, was die Leute denken, was ist. Und das ist in der Politik häufig viel wichtiger, als das, was ist. Und wenn die Leute denken, Griechenland ist ja über den Berg und wir haben ja Europawahlen, das ist alles Besten, die Probleme sind gelöst, die Krise ist vorbei, das war nur ein schlechter Traum, ist das doch nicht schlecht. Wenn es so wäre. Aber wenn nachher das böse Ende kommt, dann sagen, naja, April, April, wir haben uns doch wieder getäuscht und dann ist es natürlich schlecht. Sie haben es gewusst. Ja, und ich, die ganze Geschichte der letzten, ähm, Krisenbewältigungslage, also sagen wir mal, der letzten vier Jahre ist doch eine, äh, eine Geschichte, wo ständig im Grunde oder Halbjahresrhythmus alle Ankündigungen der Politik sich als falsch erwiesen haben. Angela Merkel hat Ankündigungen gemacht und ein halbes Jahr später war es immer Makulatur. Ja, oder dasselbe gilt für Schäuble. Aber das nicht nur sie. Ich meine, ich will Ihnen jetzt auch keinen persönlichen Vorwurf daraus machen. Das hat der internationale Währungsfonds jetzt zugegeben. Ja, sie haben viel zu optimistisch gerechnet, es war vielleicht doch viel schlechter. Sorry, ja, nur es kostet viel Geld, diese Fehler. Auf der anderen Seite sind diejenigen ständig beschimpft worden als Pessimisten oder als Antieuropäer, die einfach die Zahlen interpretiert haben und haben gesagt, es geht so nicht. Also mein Kollege Sinn, der ja einer derjenigen ist, der am tiefsten in der Materie drin ist, der ist dann als Professor Unsinn bezeichnet worden. Nur was der gesagt hat, ist alles nachher Realität geworden. Ich finde, die Politik sollte sich auch mal an Fakten orientieren und nicht nur an Illusionen. Du hast vorhin ja angesprochen, in den 90ern wurde ja dieser Euro, diese Währungsunion ausgedacht. Das hört sich ein bisschen so an, dass man wahrscheinlich in der Konstruktion an sich schon viele Fehler gemacht hat und ich habe von meinem Wirtschaftsexperten gelernt, wenn man eine Währungsunion macht oder hat, dann braucht man auch eine politische Union. Also wenn Regeln aufgestellt werden, braucht es auch jemanden, der die kontrolliert und dass ein Aufpasser oder eine Instanz gibt, die das macht. Also quasi, sagst du quasi, dass es hätte eigentlich so ein europäisches Finanzministerium zum Beispiel gebraucht? Das hätte allein wahrscheinlich nicht ausgereicht. Unter anderem? Eine europäische Institution? Ja, ja. Also in der Wirtschaftsgeschichte gibt es kein Beispiel einer gelungenen Währungsunion. Alle Währungsunionen sind gescheitert bisher. Gab es nicht mal in der DDR in Deutschland irgendwie ein paar Monate? Ja, drei Monate und dann war die Vereinigung da. Ah. Und die gescheitert? Ja, ich sage, auf Dauer. Kurzfristig ja. Hat es gegeben. Aber im Ergebnis sind alle Währungsunionen gescheitert und sind immer gescheitert an dem Problem, dass sie keinen Staat hatten. Und man kann es auch umgekehrt sehen. wenn Staaten sich geteilt haben, nehmen Sie mal unser Nachbarland, Tscheoslowakei, wurde zum 1. 1992 geteilt in die Tscheische Republik, die Slowakische Republik. Man hatte ursprünglich versucht, eine gemeinsame tscheoslowakische Krone beizubehalten. Das hat sechs oder acht Wochen gedauert, bis das auseinanderbrach. Guck dir die Situation in der alten UDSR an, also Sowjetunion. Als sich die selbstständigen Republiken bildeten, hatten die auch über kurz oder lang alle ihre eigenen Währungen. als die Kolonialgebiete von England und Frankreich selbstständig wurden, haben sie auch relativ schnell eigene Währungen eingeführt. Das heißt also, es besteht eine gewisse Vermutung, dass Staat und Währung zusammenhängt, weil sozusagen diese Macht, die der Staat hat, zur Ordnung der Wirtschaft, zur Kontrolle, also es ist nicht nur jetzt Finanzen, notwendig ist, um eine gemeinsame Währung zu erhalten. Es gibt dann noch in der Theorie eine andere Lösung, wie vielleicht eine Währungsunion funktionieren kann, wenn die Partner relativ homogen sind, wenn es keine großen Unterschiede zwischen den Partnern gibt. Das war, ursprünglich hatte man daran gedacht, denn die ersten Diskussionen über eine Währungsunion fanden statt in den 1970er Jahren und damals bezog sich das auf das Kerneuropa. Frankreich, Deutschland. Benelux bei Italien hat man schon Fragezeichen gemacht. Das waren so die ersten Vorstellungen und so wurden die Sachen entwickelt und als es dann zur Währungsunion kam, war Europa ganz anders schon geworden. Es waren vier Staaten dazugekommen, sehr viel heterogener, es hätte man ungleicher, man hätte jetzt machen können, wir machen nur eine Währungsunion für den Kern, was wahrscheinlich viel besser funktioniert hatte, aber jetzt hat man die Diskussionsebene verlassen, man hat am Anfang gesagt, die Währungsunion ist eine wirtschaftspolitische Maßnahme, um die Integration, den gemeinsamen Markt zu stärken. Das heißt, man wollte erst die Währung und den Rest erst nach und nach anbauen. Und dann ist man gekommen, nein, wir wollen die Währungsunion als Mittel eine politische Integration zu erzwingen. Obwohl man die gebraucht hätte. Die Deutsche Bundesbank und die deutschen Experten haben immer gesagt, Krönungstheorie, erst die politische Union, wobei jetzt heißt gemeinsam europäischer Staat und dann Währungsunion. Das ist die Reihenfolge gewesen, die bei der Vereinigung 1871 das Kaiserreich gemacht worden ist. Da hatten die einzelnen deutschen Staaten eigene Währungen. Und dann hat man 1871 das gemeinsame Reich gegründet und die Mark ist aber danach erst eingeführt. Wir haben es jetzt anders gemacht. Die ganzen Staaten sollten sie auch vereinigen. Wir haben erst die Mark eingeführt und dann den Rand. Und Kohl hatte gehofft, das sieht man, wenn man die Biografie über Kohl liest, Kohl hatte gehofft, dass zwischen der Vereinbarung, also Maastricht und der Einführung des Euro, zwischen diesen acht Jahren, es gelingen wir, die politische Union zu schaffen. die nicht ist. Ja, das war seine Hoffnung. Er war sich also der Gefahr durchaus bewusst. Und jetzt haben wir im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten. Entweder kommt es zu dem gemeinsamen europäischen Staat. Jetzt oder damals? Ja, jetzt, wir haben ja den Euro, also wenn der Euro überleben will. Das Kind ist im Brunnen jetzt. Gut, aber ich sage mal, es ist da. Wir können ja nicht so tun, als ob die einfach die letzten 20 Jahre ungeschehen machen. Wenn jetzt der politische Wille da ist, wir wollen nicht ohne weiteres zurück, wir wollen den Euro als gemeinsame Währung für alle erhalten, dann muss ich jetzt sehen, dass ich relativ schnell und zügig einen gemeinsamen Staat schaffe. So, also Typ USA. Jetzt geht es auch noch ein Stück weiter. Das hat man sich schon als Euro eingeführt wurde gewünscht. Seit 20 Jahren sollte das schon passieren. Nein, es war den Ökonomen, die was von Währungsunion verstanden, war klar, dass dieser Zusammenhang bestand. Und normalerweise macht man erst die Voraussetzungen und dann macht man das Experiment. Jetzt ist aber gut, jetzt weiß man es. Jetzt ist aber die Frage, gelingt es einen europäischen Staat zu schaffen? Kann man ja mal gucken nach Amerika. warum Amerika gibt es auch Unterschiedlichkeiten. Es gibt starke Staaten, schwache Staaten, industrialisierte Staaten oder reine Agrarländer. Da gibt es Methoden des Ausgleichs auch in Amerika. Zum Beispiel es gibt eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung. Das führt dazu, in der einen Region ist Arbeitslosigkeit, kriegen die Leute Geld, in der anderen Region ist keine Arbeitslosigkeit, die Zahlen rein. Gemeinsame Steuersystem. Das haben wir alles nicht in Europa. Ja, das muss aber notwendig, dass hier die Puffer jetzt auch um in bestehenden Staaten die Unterschiede, nehmen wir mal das System, das wir in Deutschland hatten, der tritt bei, wir haben auch große Unterschiede zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. Gemeinsame Währung. Ein Staat. Ein Staat, ja. Wodurch wird jetzt das abgemildert? Ja, durch die Arbeitslosenversicherung, insbesondere Drähtenversicherung, durch Migration, Wanderungsbewegungen von Ost nach West. Westen boomt im Osten Arbeitslosigkeit, ein Teil der Jugendarbeitslosigkeit. Sicherlich mit großen Schmerzen wird dadurch gelöst, dass junge Leute im Westen eine Leerstelle bekommen und dort arbeiten. Mittlerweile hat sich das reguliert. Es gibt ein gemeinsames Steuersystem. Es gibt nicht, die Reichen zahlen mehr als die Armen, da mehr Reiche im Westen sind als Reiche im Osten, kommt es auch dadurch zu einer Umverteilung. Es gibt einen Finanzausgleich. All das ist notwendig, um diesen gemeinsamen deutschen Staat zu gewährleisten. Jetzt in Europa sind wir ja noch unterschiedlicher. Da wird auf jeden Fall schon gewandert. gewandert schon, aber wir brauchen zum Beispiel eine europäische Rentenversicherung, eine Arbeitslosenversicherung, ein Steuersystem, europäische Steuersystem. Ja, natürlich. Das nächste ist, ich muss dann ein gemeinsames Budget haben, wo die wesentlichen Dinge bezahlt werden. In Amerika ist ungefähr die Hälfte der öffentlichen Ausgaben erfolgt über den Bundesstaat. Im Augenblick in Europa, das wäre ungefähr mindestens Faktor zehn, müssten die Ausgaben auf europäischer Ebene steigen. Das heißt, alle wesentlichen Dinge, zumindest wirtschaftliche Dinge, würden in Europa geregelt. Jetzt gibt es aber unterschiedliche Kulturen in Europa. Es nutzt nichts, eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung zu haben, wenn wir unterschiedliche Arbeitsmarktregeln haben. In dem einen, zum Beispiel, da muss ich auch einen gemeinsamen Kündigungsschutz haben. Wenn ich eine gemeinsame Rentenversicherung habe, muss ich ein gemeinsames Pensionsalter haben. Da kann nicht gesagt werden, in Deutschland müssen wir jetzt auch 67 können, die Franzosen sagen, wir haben eine junge Bevölkerung, wir können das auch mit 61. Da müssen wir gemeinsame Leistungen im Sozialen bezahlen. Das heißt, wir sind da ganz am Anfang und ich sehe im Augenblick auch nicht, wie man das bei der Unterschiedlichkeit hinkriegen kann. Das Nächste ist, ich brauche eine europäische Regierung. die aus europäischen Wahlen hervorgeht. Demokratisch gewählt? Ja, natürlich. Das heißt, im Augenblick wird ja Europa im Wesentlichen, wir haben die Kommission, es gibt Europaparlament, aber die wesentlichen Entscheidungen, gerade auch in der Euro-Krise, werden ja nicht von europäischen Gremien im engeren Sinne die Vereinbarung zwischen den Regierungen. Wenn ich Deutschland regieren würde mit der Konferenz der Ministerpräsidenten, würde auch nicht funktionieren. Ich war ja einer, Konferenz der Ministerpräsidenten ist gut für bestimmte Sachen, aber ich kann nicht das als Basis der Machtausübung machen. Da muss ich auch weiterhin eine gemeinsame Macht haben. Also gemeinsames Militär. Europäische Armee. Europäische Armee. Damit auch Regelverletzungen müssen durchgesetzt werden. Das heißt, es müssen auch dort gemeinsame Kriterien gelten. Wir sind also, was das angeht, am Anfang, jetzt geht es noch ein Stück weiter. In den Föderationen, Europa wird ja immer eine Föderation, also Bundesstaat sein, gibt es immer das Problem, wie weit ist die Solidarität mit den Teilstaaten. In Amerika sagt man wie folgt, wenn Kalifornien pleite geht, geht es pleite, keine Hilfe. Wenn Detroit, also auf der Gemeinde pleite geht, keine Hilfe. Deswegen braucht man keine zentrale Kontrolle der Finanzen der Bundesstaaten in Amerika oder der Gemeinden. Selber haben die Schweizer. In der Schweiz kann jeder Kanton pleite gehen, jedes Gemeinde pleite gehen. Diese Länder haben ein solches dezentrales System, sonst würden sie meines Erachtens auch gar nicht funktionieren, da würden sie auseinanderfliegen. Wenn wir jetzt also auf Dauer auch noch die Staaten retten wollen, müssten wir ein stärker zentralisiertes System haben als in Amerika. Da kann ich nur sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Europa so organisiert wird wie die Schweiz, die ja auch unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Sprachen miteinander vereint, unterschiedliche Mentalitäten. Aber auch in der Schweiz gibt es keine Haftung füreinander. Ich behaupte, wenn es in der Schweiz gäbe, gäbe es die Schweiz schon nicht mehr. und das Zweite ist, trotzdem haben die gemeinsamen Arbeitsmarkt, gemeinsame Arbeitsmarktregeln, gemeinsame Sozialversicherung und eine sehr starke Konzentration von Ausgaben und Einnahmen auf der Bundesebene. Ja, das würde mich interessieren, wenn wir in Deutschland jetzt nicht nur über die Euro-Krise und so weiter diskutieren, sondern über Europa. Es wird immer gesagt, wir brauchen mehr Europa, das ist mir viel zu unpräzise. Ich möchte gerne wissen, was für ein Europa. Möglicherweise brauchen wir gar nicht mehr Europa, sondern wir müssen ein ganz bestimmtes Europa haben, wo Aufgaben und die Zuständigkeiten und die Autonomie richtig verteilt wird. Was nicht funktioniert ist, dass wir weitgehend den Nationalstaaten Autonomie geben, also Selbstverwaltung, aber Solidarität, Solidarität und Autonomie schließen sich aus. Entweder muss ich einen Höchstmaß an Autonomie geben, dann gibt es keine Solidarität im Sinne von Mithaftung. Oder ich sage, wir wollen einen Höchstmaß an Solidarität haben, dann habe ich aber eine sehr starke zentralstaatliche Struktur in Europa, wie gesagt, die dann zentralstaatlicher ist als die USA und die Schweiz. Ob das die europäischen Völker so wollen, würde ich in dieser Frage im Augenblick bestreiten. Im Augenblick. Ob das mal in fernerer Zukunft zu sein wird, Fragezeichen, aber solange im Augenblick, nehmen wir gerade an Wirtschaftspolitik, nehmen wir an Arbeitsmarktpolitik, die Dinge so weit auseinanderlaufen, würde sich Europa übernehmen, wenn sie jetzt von oben alles dirigieren würden. Denn das hieße im Ergebnis, dass ich dann auch einen Staatskommissar auf den sticke. In Sachsen ist das so. Wenn eine Gemeinde aus dem Ruder läuft, nach den Sächsischen Gesetzen haftet der Freistaat für die Gemeinden, dann wird ein Staatskommissar hingeschickt. Der Staatskommissar schmeißt den Bürgermeister raus, den Gemeinderat raus und nimmt die notwendigen Maßnahmen vor. Das ist sozusagen das Gegengewicht gegen die absolute Solidarität. Können wir uns das in Europa vorstellen? Ich nicht. Ich glaube, das gäbe Mord und Totschlag. Europa wird ja quasi von den Exekutiven regiert, also von den einzelnen Regierungen, so wie bei der Ministerpräsidenten Konferenz. Glaubst du nicht, ich habe immer gelernt, die, die Macht haben, haben natürlich Interesse daran, dass sie diese Macht behalten. Glaubst du nicht, dass Merkel und die ganzen Regierungen sagen, wieso, das ist ganz gut, wir brauchen uns nicht am Europäischen Parlament oder an der Europäischen Regierung orientieren, sondern wir machen das einfach untereinander aus. Ist doch viel einfacher. Wie schafft man das, dass das Interesse von denen, dass ihre Macht weniger wird? Ja, ich glaube das auch, dass die das gar nicht so wollen. Aber dann ist damit ein europäischer Staat nicht machbar und damit ist auch auf Dauer keine Währungsunion machbar. Das muss man eben dann wissen. Wissen die das? Ja, ich glaube, man macht sich Illusionen. Ich glaube, dass man sich über die Konsequenzen einer Währungsunion auf Dauer, nämlich, das ist eine, man hat ja genügend Beispiele an Bundesstaaten in der Welt, wie die funktionieren intern. Und wenn man sich daran orientieren, ist relativ klar, was die Mindestvoraussetzungen wären, um das Euro-Projekt langfristig zu stabilisieren. Und das ist eben wesentlich mehr, als bisher gemacht wird. Wir haben keine, wir können ja noch nicht mal in Europa Vertragsbrüche durch wirklich ahnden. Blauen Briefe, man schreibt. Ja. Das ist vielleicht auch ganz gut so, weil wir in Europa noch nicht so weit sind. Dann sind wir aber auch noch nicht in der Lage, einen gemeinsamen Staat zu bringen. bin, dann können wir eben nur etwas zwischen einem gemeinsamen Staat und einem losen Verbund von Staaten machen. Wir sind ja auf dem Wege, aber wir sind bei Weitem noch nicht so weit, dass wir die Strukturen hätten, die notwendig sind, um in einer Währungsunion die notwendige Stabilität herzustellen. Und deswegen sage ich, entweder wir sind in der Lage, dieses zu schaffen oder wir müssen uns zurückziehen auf ein Modell Schweiz. Aber Modell Schweiz heißt dann, wir müssen dann auf jeden Fall wieder die gegenseitige Haftung aufgeben und wir müssen den gemeinsamen Sozialstaat ausbauen, wir müssen gemeinsame Arbeitsmarktregeln haben, all das, was ich eben diskutiert habe und wir müssen einen großen Transfer von Aufgaben der Nationalstaaten auf die Brüsseler Ebene haben, damit die überhaupt genügend Masse haben, um diese Stabilisierung herzustellen. Mit dem jetzigen europäischen Budget ist das nicht machbar. Das heißt aber dann etwas scharf formuliert, Frau Merkel würde die Frau Kraft von Europa, nämlich die Ministerpräsidenten des größten Einzellandes. Dieses Europa, was ich für notwendig halte, setzt notwendigerweise voraus, dass die jetzigen Nationalstaaten so weit zurücktreten, wie die Bundesländer bezogen auf den Bund. weniger Macht. Ja, sie haben, aber das heißt zentrale Dinge können sie zwar mitreden, in Deutschland sprechen ja die Ministerpräsidenten mit, aber die zentrale Macht liegt bei der direkte Bundesregierung und dort wird die Musik gemacht und nur insoweit wie Zustimmungserfordernisse, die nicht überall notwendig sind, der Länder gegeben sind oder wo es große gemeinsame Projekte gibt, nehmen wir mal das Thema Energiewende gibt es hier so eine Art informelle Gruppe, die dann also zusammen mit der Zentralregierung, also auch die Länderregierung mitarbeiten, aber sonst doch nicht. Deswegen noch einmal, ich glaube, dass diese weitgehende Übertragen von Vollmachten im Augenblick nicht gewollt wird und auch nicht oder nicht gesehen wird oder dass man sich damit rausredet, naja, kommt Zeit, kommt Rat oder noch viel schlimmer, es kann nur schlechter werden, damit es besser wird, weil dann der Zwang, möglicherweise diesen Quantensprung zu machen, größer ist. Man kann ja jetzt auch ganz bösartig sagen, es geht uns noch zu gut. Es muss erst richtig schlechter geben, bevor wir bereit wären, diese, die ich eben genannt war, notwendigen Konzessionen zu machen, in der gegenwärtigen Situation ist dazu niemand bereit und man merkt es doch, wir haben gerade mit großem Tarra den europäischen Fiskalpakt beschlossen, um jetzt endlich das Schuldenmachen muss jetzt aufhören, wir stellen fest, die Schulden in Europa steigen weiter, keiner hält sich an die Kriterien und Frankreich erklärt jetzt zum dritten Mal, sie sind nicht in der Lage, obwohl sie es schon zigmal versprochen haben, ihre Defizitziele einzuhalten, sie bräuchten jetzt wieder eine Verlängerung und jetzt kommt ja nur ein blauer Brief, passiert ja sonst nichts. Ja und ich will mal sagen, selbst wenn jetzt die europäischen Institutionen und Deutschland sagen, es kommt überhaupt nicht in Frage, würden die es trotzdem machen, ja und? Dann würden wir uns hinnehmen und es wäre genau die Situation, die vorher war, gesagt worden, diese ganzen Verträge, diese ganzen Absprachen sind letztlich zahnlos, weil es keine wirklich glaubhafte und stringente Sanktionsmöglichkeiten gibt. Sanktionsmöglichkeiten gibt es aber nur in einem gemeinsamen Staat, nicht Zwischenstaat. Ich fand das Bild gerade von Frau Merkel wird dann zu oder Frau Kraft, die stärkste Ministerpräsidentin quasi, muss man vielleicht Angela so schmackhaft machen, hey, dann wirst du halt die europäische Kanzlerin, wirst du also Kanzlerin gewählt. Ja gut, das ist die andere Möglichkeit, ich werde sozusagen befördert, nur glaube ich jetzt ehrlich gesagt, dass es schwierig werden würde für einen Deutschen oder eine Deutsche nun der Präsident einer solchen gesamteuropäischen Veranstaltung und zwar mit Machtbefugnissen zu werden, ich glaube, da würden wir uns auch übernehmen, wenn wir das anstreben würden. Es ist ja auch selten in Amerika, dass der kalifornische Governor US-Präsident wird. Ja, und es hat ja, und auch davor, Clinton war auch Gouverneur, nur der jetzt hier war es nicht, also das kommt schon vor, nur in Deutschland müssen wir auch berücksichtigen, dass es ja nicht nur um Größe und politische Macht geht, sondern auch um Befindlichkeiten und deswegen glaube ich, dass wir in Deutschland alles tun sollen, um uns nicht allzu sehr in die vorderste Reihe zu drängen, weil das konterproduktiv wäre. Aber Volker Kaut hat gesagt, Europa soll Deutsch sprechen. Ja, es wäre ja auch nicht schlecht, wenn es vielleicht auch wieder mehr Deutsch in Europa geredet würde, aber man soll jetzt nicht die Sache übertreiben und nach wie vor ist Europa ein sehr empfindliches Gebilde und die Tatsache, dass wir in der Euro-Krise jetzt in einigen Ländern sehr nationalistisch und auch deutsch-feindliche Töne gehört haben, sollte uns wirklich zu denken geben, dass wir nach wie vor an dieser Stelle vorsichtig sein sollen. Das heißt nicht, dass wir einfach immer nur nach hinten treten und den anderen das Feld überlassen, aber ich glaube, wir sind nicht so weit, dass es möglich wäre, solche, also einfach nur zu sagen, wer die Mehrheit hat, wer die Macht hat, soll auch nach oben kommen. Man kann es ja gut sehen, bei den Präsidenten der Europäischen Union haben überproportional viele Chancen immer Bewerber gehabt, die aus den kleineren Ländern kamen. Warum wohl? Also deswegen glaube ich, wenn wir erst eine europäische Regierung haben, wird es an der Stelle, an der oberen Spitze eher ein Luxemburger sein, oder Ja, wer auch immer. Martin Schulz will jetzt. Ja, gut, aber warten wir mal ab. Also ich glaube, dass wir da noch nicht ganz so weit sind, wie viele sich das wünschen. Wie ich mir auch wünsche, ich bin nicht dagegen, nur glaube ich, dass man Realist sein sollte. Und bei den Schwierigkeiten, die wir jetzt haben, die wir eben diskutiert haben, jetzt nicht nur eine personelle Frage mit einer nationalen Frage verbinden, das wäre dann also Sprengstoff zu viel im System. Ich würde zu diesem Thema abschließend noch interessieren, wir haben auch oft darüber geredet, dass zum Beispiel Euro-Bonds und so eine Vermögensabgabe und so weiter auch eine Lösung, eine Teillösung der Euro-Krise bewegstecken sollte. Das heißt, eine Vergemeinschaftung der Schulden. Das wäre ja das Gegenteil von dem Schweizer Modell, richtig? Und afrikanische Modell. Was hältst du von Euro-Bonds? Ja, das ist genau dasselbe. Wenn jeder zu Lasten des anderen Kredit aufnehmen kann, das ist eine gemeinsame Garantie, ich bürge füreinander, das kann ich doch nur machen, wenn ich Kontrolle über den anderen habe. Ich würde doch auch nicht für dich bürgen, damit du billiger Kredit kriegst. Außer wenn wir beide geregelt haben, was passiert, wenn ich irgendwas nicht mache. Ja, also ich habe nur in meiner Familie Vorles gelernt, hat mein Vater gesagt, in der Verwandtschaft nie bürgen. Warum? Und nie Kredit geben. Warum? Das zerstört die Familie. Weil ich in der Familie nicht mit diesen Instrumenten arbeiten kann. Ich kann meinen Bruder oder meine Schwester nicht verklagen, wenn sie den Kredit nicht zurückzahlen. Oder zumindest sehr viel schwieriger, da ist die Familie kaputt. Und deswegen sind, glaube ich, diese Mechanismen für eine Gemeinschaft, vergleiche ich jetzt mal Europa mit einer Gemeinschaft, wie in der Familie, an sich die Falschen. Mein Vater hat dann gesagt, wenn du ihnen helfen willst, dann schenk ihnen was. Dann sind die Regeln klar. Denn ich gebe jemandem Kredit in der Verwandtschaft. Nicht der, der hier den Kredit kriegt, der sagt, naja, ich bemühe mich, den zurückzuzahlen, aber wenn ich ihn nicht zurückzahle, naja, es ist ja mein Verwandter, der kann ja nicht gegen mich vorgehen und ich habe dann auch mit meiner entsprechenden Skrupel was zu tun. Das heißt also, das kann man machen, wenn es sich um Fremde handelt. Also eine Bank hat keinerlei Skrupel, eine Zwangsvollstreckung durchzuführen, weil das ein Fremder ist. Aber stellt sich das vor, zwischen Geschwistern oder zwischen Vätern oder zwischen Eltern und Kinder? Undenkbar. Aber wäre da nicht zum Beispiel der Gedanke, anstatt dass ich dich als mein Papa frage, ob du mir Geld geben kannst, dass es einen gemeinsamen Familientopf gibt, wo du zwar am meisten rausnehmen kannst, aber wenn ich dich frage, ich brauche Geld, dann brauche ich nicht dich fragen, sondern alle entscheiden, ob ich in den Topf greife. Ja. So was ist ein Unterschied? Das ist ein Unterschied, oder wie man es jetzt zum Beispiel zwischen den Bundesländern und Deutschland macht, man macht Finanzausgleich. Man sagt also, die etwas reicheren, steuerreicheren, geben den etwas ärmeren Geld. Punkt. Wenn ich aber dann das überziehe, kriege ich kein Geld. Ich kann nicht selber definieren, wie viel ich brauche, sondern es wird mir irgendwie zugemessen oder ein Sozialhilfeempfänger in Deutschland bekommt Geld. Damit muss er aber auskommen. Der Staat geht nicht hin und sagt, wenn du dann Schulden machst, komme ich dafür auf. Dann wird das System völlig aus dem Ruder laufen. Ich kann nicht sozusagen die Mühen der Sozialhilfe, Zuteilung dadurch vermeiden, dass ich eben eine goldene Kreditkarte gebe. Also immer der Betroffene darf nicht entscheiden, wie viel er braucht. Und mit einer gemeinsamen Haftung geht das aber nicht. Da muss ich eben klare Regeln haben. Das heißt, ich habe einen ganz zentralistischen Staat. Ich habe das ja noch nicht mehr in Deutschland. Und in Deutschland haben wir schon Schwierigkeiten genug. Und deswegen glaube ich, dass ein solches System, wenn es nicht ausgenutzt wird, eine so starke Korsettstange bedarf, einer so starken Korsettstange bedarf, eines so starken europäischen, einer sehr starken europäischen Regierung, dass wir das im Augenblick nicht anstreben sollen. Wie gesagt, es wäre eine Regierung, die mächtiger wäre als der amerikanische Präsident. Eine Zentralisierung, die höher geht als in der Schweiz. Und ich habe gesagt, ich kann mir vorstellen, wir sollten nochmal auch andere Beispiele nehmen von Bundesstaaten oder gehen wir meinetwegen in andere Kontinente, wo es funktionierende Bundesstaaten geht. Gehen wir meinetwegen nach Kanada oder nach Australien oder so und gucken mal, wie die das dort geregelt haben, die immer noch den Vorteil haben, dass sie nicht so multikulturell sind wie Europa. Und dann haben wir vielleicht eine gewisse Blaupause für das, was kommt. Aber so gehen wir ja nicht vor. Wir reden ja nicht davor und sagen, was müsste sein, damit Europa funktioniert, sondern wir kommen angekehrt und sagen, was müssen wir im Augenblick tun, um die Krise zu lösen. Oder irgendwie unter den Teppich zu kehren. Aber wir sollten umgekehrt diskutieren, nicht von dem Ausgang der Krise, sondern sagen, noch einmal, was für ein Europa wollen wir? Und dann können wir gucken, wie wir von dem jetzigen Zustand dahin kommen. Und die Diskussion, die fehlt mir ein bisschen. Wir sind immer noch im Krisenmodus. Du hast gerade Korsett angesprochen, da fällt mir noch ein. Bist du ein Anhänger der Schuldenbremse? Bist du ein Anhänger des Prinzips schwäbische Hausfrau? Ja. Also für den Staat. Kann man einen Staatshaushalt so organisieren, wie ein Privathaushalt? Muss man. Ich habe von Gesine Schwange gehört, das ist Unsinn. Ja, also muss man, denn die ökonomischen Gesetze ändern sich nicht dadurch, dass mehr teilnehmen. Also man kann auf Dauer nur so viel ausgeben, wie man einnimmt. Selbst eine schwäbische Hausfrau entscheidet sie irgendwann ein Haus zu bauen. Ja. Und dann nimmt sie auch Schulden auf. Ja, kann sie ja auch. Dann hat sie auch was davon. Und dann zahlt sie das zurück anstelle der Miete. Sonst würde sie ja die Miete und dann kann man kalkulieren und dann heißt vielleicht günstiger, ich kaufe ein Haus, dann habe ich damit, muss ich dann Zinsen zahlen und muss auch tilgen. Und das vergleiche ich mit einer Miete, die ich in einem Haus zahle, das mir nicht gehört. Dann rentiert sich sozusagen durch, wenn man das richtig rechnet, durch die eingesparte Miete die Investition. Solange der Staat... Es ist gute Schulden machen also. Ja, ich bin ja nicht gegen Schulden machen, sondern natürlich braucht man zur Finanzierung von bestimmten großen Investitionen, machen ja Unternehmen auch, brauche ich auch Schulden. Ich kann nicht alles mit meinem eigenen Geld bezahlen. Allerdings, jetzt kommen wir genau hinzu, was finanzieren wir denn in Deutschland damit? Wenn ich mir die Infrastruktur ansehe, die Infrastrukturausgaben sind doch in den letzten Jahren gesunken. Also wir hatten die höchsten Infrastrukturausgaben, wenn man Westdeutschland nimmt, in den 50er und 60er Jahren, also Wiederaufbau. Seitdem geht die Investitionsrate kontinuierlich zurück. In den 50er und 60er Jahren haben wir die wenigsten Schulden aufgenommen. Aber es heißt immer, Angela Becker sagt immer, wir wollen unseren Kindern keinen Schuldenberg hinterlassen, wollen wir denen dann auch keine neue Infrastruktur hinterlassen. Wenn wir wirklich jetzt einen Quantensprung in der Infrastruktur hätten, dann könnte man darüber reden. Aber wir finanzieren doch bestenfalls über Kredit die Reparatur. Ja, weil zum Beispiel, was ungemein wichtig ist, zum Beispiel Netzausbau, also hier Internet und so weiter, da passiert gerade gar nichts. Wir fallen hinterher. Das könnte man machen, das könnte man möglicherweise auch privat finanzieren, weil es möglicherweise auch Erträge da gibt. Ja. Wenn es sich um außergewöhnliche Investitionen, so Sprunginvestitionen handelt, ja. Aber wenn die Investitionen, so wie wir sie machen, im Wesentlichen nur die Reparatur darstellen oder sozusagen die Ausbesserung, der Ersatz von Vorhandenem, wenn wir gleichzeitig eine Bevölkerung sind, die von der Kopfzahl abnimmt, dann ergibt sich daraus nicht eine Rechtfertigung zu besonders hohen Krediten. Aber wir stehen doch zum Beispiel an einem Quantensprung hier mit Energiewende. Wenn das kein Sprung ist, also warum sagen wir da nicht, ey, in 30, 40 Jahren wollen wir eh, also da wird der Strom erneuerbar sein, da kostet uns das gar nichts mehr. Diese Schulden nehmen wir jetzt auf, weil das ist uns wert. Ja, wenn das eine rentable Investition wäre, könnte man so denken. Ich glaube aber, dass es das nicht ist, sondern es ist eine riesen Fehlinvestition. Energiewende? Ja. Ja, weil sie dafür zunächst einmal die ökonomischen Gesetze beachten müssen. Strom ist nicht gleich Strom, sondern was wir brauchen, ist nicht Strom irgendwann und irgendwo, sondern Strom kontinuierlich. Und das setzt voraus, dass wir Speicher haben. Solange wir keine Speicher haben, nutzt uns eine zusätzliche Photovoltaikanlage überhaupt nichts, weil ich gleichzeitig, baue ich also jetzt eine Struktur von regenerativer Energie auf, aber da die Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer weht, muss ich gleichzeitig parallel eine zweite konventionelle Struktur aufbauen, denn die einzige Möglichkeit, im Augenblick die Netze zu stabilisieren, ist eben durch Kohlekraftwerke und durch Gaskraftwerke. Deswegen steigt ja auch Umleichverschmutzung. Ja, es steigt ja auch, obwohl wir immer mehr Windräder aufbauen und immer mehr Photovoltaik anlegen, steigt die CO2-Emission. Letztes Jahr war das schlimmste Jahr und wir nennen uns Grün, also ein grünes Land. Das ist doch pervers. Ja, das heißt, wenn wir also, gerade bei der Energiewende, wenn wir jetzt also eine zielgerichtete Politik machen, müssen wir uns erstmal überlegen, was wollen wir denn überhaupt? Was ist denn das Ziel der Energiewende? Ja, kann man sagen... 100% erneuerbar. Nee, 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 vorsichtig. Das ist mir schon zu schnell gesprungen. Wir können sagen, wir wollen die CO2-Ausstoß reduzieren. Ein bisschen stoppen, oder? Reduzieren und vielleicht stoppen, ja. So, dann muss man gucken, wo wird die meiste CO2 im Augenblick emittiert? Die Industrie. Heizung. So, also wenn man das... Nicht mal heizen. Ja, oder dämmen. Also da kann man im Augenblick am schnellsten CO2-Reduktion herbekommen. Also in dem ganzen Bereich des Heizens. In dem Bereich des Stroms, also insbesondere mit Photovoltaik, ist es die teuerste Methode, CO2 zu verringern. Das heißt also, wenn mir jetzt, ich kriege meinetwegen ein Gutachten, soll ich sagen, was empfiehlst du uns, dass wir mit möglichst wenig Aufwand für die Bevölkerung CO2 reduzieren? Heizung. Nochmal Heizung. Warum keine Dämmung bei der Industrie? Weil die sind schon sehr energieeffizient. Findest du? Ja, also verglichen mit dem privaten Sektor. Relativ privaten Sektor. Die haben doch gar keinen Anreiz, gerade Energie zu sparen, weil sie hier die ganzen EEG-Sachen und so weiter sind, oder befreit? Ja, das ist schon die erste falsche Schlussfolgerung. Ich rede über Energie und nicht über Strom. Wir reduzieren ja das ganze Energiethema auf das Stromthema. Strom ist aber nur ein kleiner Anteil der Energie, die wir verbrauchen. Das heißt also, die Frage, ob wir das Klima retten, wird nicht im Stromsektor entschieden. Sondern dann müssen wir den ganzen Bereich, wir verbrauchen Energie für Heizung, wir brauchen Energie für Verkehr, wir brauchen Energie für Produktion. Und da sind in unterschiedlichem Maße die unterschiedlichen Energieträger mit daran, nebenan teil. Das heißt also, das müssen wir sehen. Das Zweite, was ich gesagt habe, ist, es ist ein Unterschied, ob ich eine Energie ständig habe, insbesondere für den Industriebereich brauche ich eine ständige Energie. Ich kann nicht sagen, also jetzt wird die Maschine angestellt werden, weil die Sonne scheint und dann muss sie wieder abgestellt werden, weil die Sonne nicht scheint. So, ich muss also erstmal das Thema lösen, wie kriege ich eine kontinuierliche Energie heraus. Und bisher ist dieses Thema in Deutschland und auf der ganzen Welt noch nicht gelöst. Wir hoffen, dass wir durch irgendwelche Speicher im Sinne von Batterien, dass wir also jetzt mal so riesige Batterien, die also dann auch effizient sind, die heutige Batterien sind das nicht, das Problem lösen können. Die einzige Methode, die es heute gibt, in großem Stil, Energie zu speichern, ist durch Pumpspeicherwerke. Also Wasser den Berg hoch zu pumpen, wenn man zu viel Energie hat, so wieder runterlaufen zu lassen, wenn man zu wenig Energie hat. Dazu fehlen uns die Berge. Ja, und wenn wir das mal durchkalkulieren, dann müssten wir in Deutschland fast jedes Mittelgebirgstal aufstauen. Das geht also nicht. Zumindest reicht es wahrscheinlich für Deutschland nicht, wie gesagt, weil wir die Berge nicht haben. Also müssten wir da zumindest mal die Bewohner der Berge mitfragen, also das wäre hier also die Alpenregion, da ist es sehr viel einfach in der Schweiz und Österreich oder was ja immer wieder diskutiert wird, verglichen mit deutschen Standards, fast menschenleeres Land, Norwegen. So, ja, da könnte man darüber diskutieren, dass man in solchem größeren Kreis vielleicht das Problem erlösen will und lösen kann. Das setzt aber dann nicht eine nationale Energiepolitik raus oder noch darüber hinaus. Diese Fragen müssen wir lösen, denn sonst habe ich den Eindruck, werden wir uns in einer, werden wir uns verrennen, denn im Augenblick sagt die Rest der Welt zu der deutschen Energiewende um Gottes Willen, wir können uns das nicht erlauben, was die Deutschen sich erlauben. Gut, jetzt kann man sagen, wir sind auch reich, wir können ja auch ein paar Fehler machen und wir können die anderen die Fehler vermeiden, aber irgendwann müssen wir die Kernfragen unserer Energiepolitik lösen, wie wir nämlich das Dreieck Energiesicherheit, Krim lässt grüßen, zweitens preiswert und drittens umweltschonend, wie wir diese drei Ziele vernünftig zusammenkriegen. Ich habe den Eindruck, wir sind auf der Suche und die Tatsache, dass ja jetzt schon eine Totalreparatur der Stromenergiewende durch die EEG-Novelle von der Regierung versprochen wird und der Reibiger sagt ja, es muss jetzt grundlegend sich was verändern, zeigt ja, dass wir offensichtlich noch am Anfang unserer Überlegungen sind und ich habe auch nicht den Eindruck, dass das, was der Greibiger jetzt hinbekommen hat wegen der vielen Lobbyisten das Gelbe vom Ei ist. Wir werden dieses Projekt noch drei, vier, fünf Mal nachbessern müssen, bevor wir auf dem richtigen Weg sind. Ganz kurz Dein Punkt hier, wo du meintest Energiesicherheit mit puncto Krim. Kannst du das kurz erläutern? Ja, im Augenblick wird ja ein Teil der Energiesicherheit bei uns dadurch sichergestellt oder soll sichergestellt werden, indem wir sehr schnell anlaufbare Kraftwerke einsetzen. Also die Kraftwerke, die schnell hochgefahren werden und das sind Gaskraftwerke. Das Gas kommt aus Russland. Das ist wesentlich. Deswegen sage ich ja, je mehr wir also jetzt versuchen, das System durch Gaskraftwerke zu stabilisieren. Das war abhängiger werden wir von Russland. Ja, natürlich. Und das war ja die Lösung dieses Problems. Wir wollen Atomstrom, der kontinuierlich ist, den wollen wir nicht, wegen der Radioaktivität. Kohlestrom, der auch kontinuierlich wollen wir nicht, wegen CO2. Wir wollen Ökostrom, wir wissen aber, dass Ökostrom nicht immer zur Verfügung steht. Also brauchen wir irgendwelche Kraftwerke, die dazwischen einspringen und nicht so viel CO2 ausstoßen. Natürlich, auch ein Gaskraftwerk stößt CO2 aus, aber nicht so viel wie ein Kohlekraftwerk. Und das lässt sich schneller rauf und runter fahren. So ein Kohlekraftwerk, da brauchen Sie einen halben Tag oder einen Tag, bevor das rauf und runter gefahren ist. Also sehr träge. Gaskraftwerk können Sie innerhalb von ein paar Minuten machen. Deswegen brauchen Sie die. Ja, aber das ist genau die Energieform, die wir im Augenblick, jetzt nicht nur die Krim, sondern ich sage mal Putin lässt grüßen, wo wir uns auch nochmal drüber überlegen wollen, ob das im Augenblick die richtige Methode ist, um unsere Energiesicherheit herzustellen. Könnte man natürlich sagen, da müssen wir das Gas eben aus anderen Regionen der Welt holen. Aber so weit sind wir nicht. Da müssen wir also neue Pipelines bauen und da müssen wir neue hier diese verflüssigten Gas-Terminals machen. Aber da sind wir erst auch wieder am Anfang. Oder mit Russland vertragen. Jaja, nur hat sich ja gezeigt, dass es vielleicht nicht sinnvoll ist, sich nur von einem abhängig zu machen. Das macht weder ökonomisch sollte man das nicht tun und politisch auch nicht. Man sollte immer Alternativen haben und deswegen meine ich immer, in der Welt sollte nichts alternativlos sein, sondern als guter Politiker, aber auch jemand, der in der Wirtschaft oder in der Familie oder für sich persönlich Entscheidungen trifft, sollte immer sagen, es kann sein, dass ich mich irre. Habe ich denn noch eine zweitbeste Lösung? Nämlich die, die an dem Plan B. Und nur wenn ich den Plan B habe, da soll ich nicht offen drüber reden, aber nur wenn ich ein Plan B habe, würde ich Plan A anfangen. Aber ich würde nie Plan A anfangen, unter normalen Umständen, wenn ich keine Rückfallposition habe im Falle des Irrtums. Und Angela Merkel ist ja berühmt dafür, dass sie sagt, Dinge sind alternativlos. Hat sie also keinen geheimen Plan B? Oder... Ja gut, das sage ich als Politiker häufig, um Sachen durchzusetzen, aber man sollte zumindest im Hinterkopf den haben. Hat sie den? Das wird sie nie sagen und das wird sie auch nie zugeben, würde ich auch von ihr überhaupt nicht verlangen. Aber wie? Weil allein die Diskussion, die öffentliche Diskussion über den Plan B den möglicherweise kaputt macht. Jetzt sind wir wieder in der Frage, ob man in der Politik alles sagen soll. Solche Dinge, also Ersatz, also Alternativpläne sollte man möglich in der Schublade haben, aber man sollte die Schublade voll haben und ich hoffe nur sehr, dass in Berlin die Schubladen voll und nicht leer sind. Aber wie kann ich das herausfinden, wenn ich angenommen mit ihr rede und sie sagt, ja das ist alternativlos und wie kann ich sie dazu bringen, dass sie sagt, also ein bisschen die Schublade aufmacht? Wie kann man das als Politiker... Nein, es wäre unfair, das von ihr zu verlangen. Jetzt zum Beispiel, sie hat das ja im Zusammenhang mit der Euro-Krise. Dann haben wir ja eben schon diskutiert, dahinter sind Währungsspekulation und so weiter. Solche Dinge vertragen nicht die Öffentlichkeit. Da muss man, dafür will man ja auch reagieren, muss man Vertrauen haben und ich habe zunächst einmal Vertrauen, dass diejenigen, die in Berlin im Augenblick die Entscheidung treffen, klug genug sind, um zu wissen, dass man immer, wenn es eben geht, manchmal geht es nicht, aber wenn es eben geht, auch eine Alternative B und wenn es noch besser geht, C und D hat, um eben im Irrtumsfall oder es können sich ja Dinge mal anders entwickeln. Das Leben ist ja voller Überraschungen, dass man dann reagieren kann und sich nur auf eins festlegen sollte. Deswegen finde ich, das ist eine ganz normale Verhaltensweise, die man im normalen Leben, ich zum Beispiel auch immer, anwendet. Was mache ich, wenn mein Plan nicht aufgeht? Nehme ich mir da einen Strick? Ja, kann doch wohl nicht sein. Ist das Merkels Schicksal? Nein, ich glaube, dass Frau Merkel klug genug ist, um zu wissen, vor sich selber, dass es natürlich immer Alternativen gibt, die man aber möglicherweise im Augenblick nicht diskutieren will oder deren Diskussion möglicherweise auch schädlich wäre. Dafür habe ich, aber das Vertrauen muss ich in die Regierung haben, sonst darf ich sie nicht wählen. Wann darf ich kein Vertrauen in die Regierung haben? Wann hat eine Regierung und das Vertrauen verspielt? Letzte Frage. Ja, das ist eine subjektive Sache. Der eine... Du bist ja Politiker gewesen, du hast auch eine Regierung angeführt. Ja, also man sollte zunächst einmal als Politiker wissen, dass Vertrauen ein ganz empfindliches Gut ist, dass man mit dem sorgfältig umgehen soll. Das heißt also, man sollte vermeiden, die Unwahrheit zu sagen, zumindestens dann, wenn man, wenn man, wenn die Öffentlichkeit oder die Presse einem schnell auf die Schliche kommt. Also irgendwelche Prognosen abzugeben, was im nächsten Jahr ist, die man relativ schnell überprüfen kann, da sollte man möglicherweise, und dann, die sich dann als falsch herausstellen, da sollte man möglicherweise nicht machen. Deswegen habe ich immer gesagt, im Bereich der Finanzen muss man schon relativ ehrlich sein, den Zahlen kann man relativ schnell überprüfen. in anderen Bereichen, die nicht so quantifizierbar sind, zum Beispiel Bildungspolitik. Ist eine Bildungspolitik gut? Ist eine Bildungspolitik schlecht? Das ist schlechter zu messen. Da haben Sie also mehr Freiheitsgrade bei der Interpretation. Aber wenn jetzt gesagt wird, meinst du im Wirtschaftswachstum, da können Sie sagen, wie viel? 1,7, 2,0, minus 0,3. Das können Sie schon miteinander vergleichen. Da ist es also schon klar. Das Zweite ist, man sollte als Politiker nicht Hoffnungen, das ist, glaube ich, das größte Problem, nicht Hoffnungen wecken, die man nicht erfüllen kann oder die man absehbar nicht erfüllen kann. Denn dann nachher zurückzurudern, ist schlimmer, als wenn man die Hoffnung nicht gemacht hätte. Deswegen soll man auch die Latte sich selber nicht zu hoch legen und dann anschließend unter dem Gelächter der Bevölkerung die Latte reißen. Haben Schäuble und Merkel Hoffnungen geschürt oder haben Sie eher gar keine Hoffnung gemacht? Ja, ich will jetzt nicht auf die aktuelle Politik eingehen. Ich will auf einen Zusammenhang hinweisen, der hier in Ostdeutschland am Anfang eine große Rolle gespielt hat, dass viele die Möglichkeiten und die Chancen der wirtschaftlichen Erholung nach der Wiedervereinigung überschätzt haben, was insgesamt gesehen, kann man sagen, es ist gut gelaufen in den letzten 20, 25 Jahren, aber die Hoffnungen waren größer und es ist damit auch Vertrauen verspielt worden, möglicherweise nicht bewusst. Viele der Politiker haben sich vielleicht auch nicht klar gemacht, was alles notwendig ist und wie lange so etwas dauert, dass man das eben nicht in ein paar Jahren hinbekommt und nach dieser großen Euphorie im 1991 mit der Wiedervereinigung kam hier erstmal eine tiefe Depressionsphase. Das sind solche Dinge, die man als Politiker vermeiden sollte. Man sollte also nicht zu viel versprechen, nicht zu viel Optimismus verbreiten, sondern immer eine gewisse Form von Realismus an den Tag legen, dann liegt man immer auf der sicheren Seite. Und die wirklich allerletzte Frage, ich frage gerne Politiker, was ist eigentlich Macht? Was ist für dich Macht? Wie würdest du den jungen Menschen Macht erklären? Ja, Macht ist die Fähigkeit, jemand anders zu einer Handlung zu bewegen. Das ist sehr abstrakt diskutiert. Es geht ja, ich selber kann ja entscheiden, ich mache das und das, ich mache jenes. Und Macht bedeutet darauf, dass ich auf die Entscheidung anderer Einfluss nehmen kann und sie in eine gewisse Richtung lenken kann. Also, wenn ich also meinetwegen Strafgesetzbuch habe und sage, meinetwegen, Diebstahl ist verboten, dann nehme ich, und das wird bestraft, dann nehme ich natürlich dadurch, durch meine Macht, will ich eine Verhaltensänderung erreichen oder ein bestimmtes Verhalten, nicht ein Veränderungsverhalten, das nämlich nicht geklaut wird. So, das heißt also, Macht ist, dass ich zwangsweise etwas gegen einen Dritten durchsetzen kann. Es gibt natürlich, das ist sozusagen die harte Macht mit der Polizei und so weiter. Da gibt es die mehr intellektuelle Macht, dass ich versuche kann, durch Überzeugung oder durch Überredung Einfluss zu nehmen. Auch der kann Macht haben. Zum Beispiel ein Schriftsteller hat in gewisser Weise Macht nicht. Also, er hat kein Schießeisen und hat keine Muckis, aber die Worte und so weiter. Es gibt also nicht nur diese harte Macht, sondern auch diese mehr Softpower. Auch das gibt es. Aber es ist immer wieder dasselbe, dass jemand in der Lage ist, das Verhalten anderer zu beeinflussen. So würde ich Macht definieren. Das ist sehr abstrakt, aber ich glaube, es haut auf die meisten Fälle, wo man das Wort Machtgebrauch hin. Und unser Bundespräsident hat also mehr Softpower und die Kanzlerin hat Hardpower. Ja, sie hat auch Softpower. Die Politiker haben natürlich in großem Stil auch Softpower, weil sie eben durch die öffentliche Dekors, durch ihre Präsenz in den Medien Einfluss nehmen und auch Diskussionen mit beeinflussen. In einer Demokratie geht es ohne Softpower nicht. Denn Demokratie heißt ja im Kern, man kann nur regieren mit einer Grundzustimmung. der Betroffenen. Nicht, dass für jede Maßnahme immer alle zustimmen müssen, aber man kann auch nicht gegen alle ständig regieren. Das heißt also, man braucht die Zustimmung. Und das ist der Unterschied zur Diktatur. Da brauche ich auf die Bevölkerung und auf die Einzelnen keine Rücksicht zu nehmen. Das muss ich aber. Deswegen ist auch in der Demokratie immer ein erheblicher Kern der Macht Softpower. Trotzdem brauchen sie natürlich auch Regeln, die im Konfliktfall dann auch durchgesetzt werden. Notfalls mit der Polizei. Dankeschön, Georg Milbrath. Das war ausführlich und schön und gar nicht so naiv. Gut. Vielen Dank. Ja. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, ich weiß gar nicht.